Apple plant ein großes KI-Paket. Das war die große Nachricht der Entwicklerkonferenz WWDC Anfang Juni. Aber was ist wirklich drin und dran an den neuen Funktionen, die im Herbst zunächst auf US-Englisch erscheinen werden? Und ja, darüber sprechen wir hier. Wir schauen uns das genauer mal an in dieser Folge des Mac and i Podcast. Und wir sprechen natürlich auch über die Situation in der EU, denn hier droht uns ja eine ziemlich dumme Situation rund um die neue Intelligenz. Und damit herzlich willkommen zu Folge 75. Ja, er ist in der EU glücklicherweise noch zugelassen. Die Betonung liegt auf noch. Hallo Leo Becker. Hallo Malte Kirchner. Ich werde mir schon überlegen, wie ich jetzt diese Apple Intelligence Features teste. Und dann muss ich wohl die EU vielleicht verlassen, zumindest virtuell verlassen. Mal sehen, welches Wege es da geben wird. Wie ist denn das eigentlich, wenn du mit einem Boot jetzt auf die Nordsee rausfährst? Kannst du dann außerhalb des EU-Gebietes dann Zugriff nehmen? Ich weiß nicht, wo da die internationalen Gewässer anfangen. Da, wo Apple Satellitendienst endet, da kann man dann auch auf Apple Intelligence zugreifen. Ja, aber vorweg mal die Frage, Leo, die Apple Intelligence, wie geht dir das damit? Ist die jetzt, wir haben ja in der letzten Folge ja darüber gesprochen, über die Präsentation. Und wie ist das mit dem genaueren Hinschauen? Ist sie für dich interessanter geworden, als sie es bei der Ankündigung noch war? Oder würdest du sagen, so eher umgekehrt an manchen Punkten? Ich denke schon, dass sie interessanter geworden ist, unterm Strich. Ich glaube, bei der Ankündigung hatte ich, als es so schnell durchging durch diese ganzen Geschichten, die dann halt da integriert werden, hatte ich den Eindruck, dass viele der Sachen einfach natürlich vertraut waren, weil halt in irgendeiner Form irgendeine KI-App hier und da das alles schon anbietet. Und damit erschien mir das vom Neuigkeitswert, die Funktionen relativ gering zu sein. Aber wenn man sich natürlich im Detail dann anschaut und überlegt, wie das wirklich den Alltagseinsatz des Geräts oder des iPhones halt konkret oder von mir aus auch Mac und iPad verändert und hoffentlich verbessert, dann sieht man, dass das doch an sehr vielen Stellen ansetzt und halt einen Berg an Sachen hat, die halt nur KI dann kann, wenn sie halt wirklich im System integriert ist und damit halt alle, also im Idealfall halt auf möglichst viele Dinge aus deiner, aus deinen, den von dir genutzten Apps zugreifen kann. Ja, gehen wir sich ja gleich im Detail darauf ein, aber ich glaube, da merkt man, da liegt, da liegt das unglaubliche Zugpferd von diesen oder das große Versprechen von diesen Funktionen, was halt so keine andere von den KI-Apps einfach liefern kann, solange sie nicht so tief integriert ist. Ja, ich sehe das ähnlich und was mir noch so erst im Nachgang wirklich klar geworden ist, ist eben die Bedeutung dieses persönlichen Kontextes auch und auch des lokalen Aspekts, also dass das Ganze auf dem Gerät selber passieren soll. Das sind ja so zwei Punkte, die bei den bisherigen KI-Anwendungen schon häufig dann doch zu kurz kommen. Also den persönlichen Kontext musst du ja erstmal manuell herstellen, indem du dann eben per Prompt dann auch möglichst viele Informationen der KI lieferst, dass sie dann eben diese Bezüge herstellen kann. Das musst du ja eben bei Apples Ansatz nicht. Und der zweite Punkt ist tatsächlich eben auch, dass man ja schon merkt, eine Internetverbindung ist so das A und O, um mit der KI eben in Kontakt zu treten. Klar, es gibt ja hier und da schon eben lokale Lösungen, die man eben auch auf dem Mac installieren kann. Mac Whisper ist so eine Sache, wo ich jetzt gerade so dran denke. Aber ich glaube, mit dem Apple-Ansatz, das wird doch eine ganz andere Qualität eben dann auch bekommen. Und ja, das schlägt ja auch irgendwie so zwei Fliegen mit einer Klappe. Also so in gewisser Weise sind das ja auch echt so jenseits der ganzen KI-Geschichte Defizitpunkte, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, wenn ich jetzt mal an Siri denke. Dass das auch so diese Latenzen, ich musste irgendwie dann aus dem Gerät raus. Generell, dass es smarter wird. Also ich glaube schon, dass das eben eine sehr große Veränderung ist. Und wenn man so auf die ersten Features blickt, die Apple ja mal so im Geheimen gezeigt hat, dann ist das schon recht beeindruckend. Aber jetzt haben wir recht abstrakt gesprochen. Jetzt wollen wir mal konkret werden, um was es geht. Es soll ja ein Deep Dive werden. Und wir haben im weiteren Verlauf dieser Sendung auch noch ein interessantes Gespräch in petto. Und zwar werfen wir auch so einen kleinen Blick über den Tellerrand des Apple-Universums hinaus. Und lassen uns dann von der Kollegin Eva-Maria Weiß mal so ein bisschen das Ganze einordnen. Wo steht Apple denn eigentlich so im Gesamt-KI-Kontext im Vergleich eben auch zu den Mitbewerbern, die da sind. Lass uns mit Text anfangen. Da haben wir natürlich beide ein Faible für, weil wir gerne schreiben. Die erste Funktion, über die wir mal sprechen können, sind diese Stilveränderungen, die du da vornehmen kannst künftig. Eigentlich zumindest auf dem Papier in dem Fall oder dem digitalen Papier eine schöne Funktion. Die Überlegung, dass Schreiben ja nun vielen Leuten auch einfach schwerfällt. Ich schließe mich da auch ein. Also Schreiben ist für mich auch immer wieder eine Herausforderung, auch wenn es auch mein Alltagsgeschäft sein mag. Ich finde es immer wieder herausfordernd, Texte zu schreiben, vor allem längere und größere Texte, die auch in irgendeiner sinnvollen Form sind. Und ich kann gut verstehen, wenn jemand vor seinem iPhone sitzt und halt eine E-Mail beantworten muss und einfach da völlig aufgeschmissen ist. Ich glaube, das ist eine Situation, die wirklich fast jeder kennt, egal ob man irgendwie professionell mit Text umgeht oder nicht. Und in diesen Situationen diese Stütze zu haben und diese Idee zu haben, um sich so ein bisschen Hilfe zu holen, die relativ einfach, dass man irgendwie zumindest so zwei, drei Sätze rausbekommt. Und man muss ja, es geht ja bei den Tools, die Apple vorgestellt hat, geht es ja wirklich nicht darum, dass die eigentlich für dich Text generieren, völlig frei, sondern dass du schon mal eine Basisantwort, drei Sätze eingetippt hast, aber du dann dir praktisch die Hilfe holst, das nicht einfach nur Korrektur lesen zu lassen, was auch sehr, sehr praktisch und hilfreich ist, normalerweise, wenn die Korrektur gut funktioniert, sondern eben auch den Stil halt anzupassen, um etwas vielleicht ein bisschen legerer zu erzählen oder natürlich vor allem auch, um etwas, sagen wir, ernsthafter zu formulieren, gerade in einem geschäftlichen Kontext, wo man halt aufpassen sollte, sollte dann, wie auch natürlich Formulierungen sind. All das natürlich, wir arbeiten ja nur mit den Versprechungen, die wir gesehen haben. Das heißt, wir wissen nicht, wie das konkret funktioniert. Die Beispiele, die Apple gezeigt hat, auf der Keynote selbst, fand ich teilweise zumindest etwas unglücklich, weil da der korrigierte Text mir nicht unbedingt besser erschien als der Originaltext. Es gab da eine sehr lustige, ärgerliche E-Mail von praktisch einem Mitarbeiter an die Kollegen, sie soll mal aufhören, die Dateinamen so komisch zu beschriften, sondern soll die Dateien anständig beschriften. Und die war so ein bisschen erbost geschrieben, die E-Mail, weil man merkte, okay, der Verfasser, der war mal erzürnt darüber, dass die Kollegen diese Dateinamen nicht anständig vornehmen, nicht anständig benennen und schrieb dann eben im Affekt diese E-Mail. Und dann kam sozusagen durch diese KI-gestützte Umformulierung kam so ein super gekletterter Text raus. Und da war bei mir so der Fall, wo ich gedacht habe, okay, die Original-E-Mail mit all dem Frust und der Verärgerung wäre vielleicht doch die bessere gewesen, weil sie halt natürlicher kommuniziert hat, was Sache ist. Und während am Schluss halt dann so ein geschliffener Test, Text rauskam, wo man so sagt, okay, den liest halt jeder so durch und denkt so, ah ja, okay. Ja, das wäre vielleicht noch so ein Parameterschalter gut, dass man irgendwie mit, was weiß ich, mit so einem Slider einstellen kann, wie stark soll das geglättet werden. Also die Befürchtung, die ich habe, ist, dass das wie in Textverarbeitung ist, wo du so Mustervorlagen für Briefe auswählst. Und die Briefe, ich muss sagen, die meisten Vorlagen, die ich da mal sehe, 98 Prozent sind irgendwie dermaßen schmuckvoll und extravagant. So würde ich nie einen Brief verschicken. Aber ich möchte schon irgendwie so einen halbwegs formatierten Brief haben. Und so sehe ich das halt auch mit der Text-KI. Aber ja, du hast es gesagt, für eine Bewertung ist es ja noch viel, viel zu früh. Wir müssen uns das ja tatsächlich dann echt in der Praxis mal anschauen. Und dann ist es ja auch die Prüfinstanz Nummer eins, ist die US-englische Variante. Und die zweite ist ja dann tatsächlich, wenn es irgendwann mal eine Spracherweiterung gibt, ob das denn auch genauso gut dann auch in anderen Sprachräumen funktioniert. Auch das ist ja nicht ein Automatismus. Also das, aber es sieht auf jeden Fall interessant aus. Und ich finde eben auch, an der Funktion sieht man schon recht klar und einfach, wie dieser Faktor Bedienung auch damit reinspielt. Du hast ja dann, du markierst den Text, du hast einen kleinen blauen Pfeil und da gehst du drauf und dann hast du dieses Kontextmenü. Und daraus kannst du dann alles weitere ableiten. Das ist natürlich ein großer Vorteil gegenüber der jetzigen Vorgehensweise, die du häufig hast, dass du in den Webbrowser erstmal alles reinkopieren musst und musst das da durchlaufen lassen. Ich habe gerade, das sei an dieser Stelle, weil es thematisch so schön passt, angemerkt, gerade KI-Apps und zwar so alle Standardkandidaten getestet fürs iPhone, kann man in der nächsten Mac in i lesen und wird man sicher auch bald auf Heise Plus lesen können. Und da fällt natürlich auch auf, wenn man das so testet, dass diese KI-Modelle ja teilweise so leistungsfähig sie sind. Sie leben halt in ihrer App. Und das heißt, du bist immer, gerade wenn du mit Text arbeitest, wirst du dazu gezwungen, letztlich diesen Text andauernd umzukopieren. Hierhin, dahin, dahin. Du musst ihn irgendwo bearbeiten. Du musst ihn weiter bearbeiten. Dann möchtest du ihn aber in eine andere App einkopieren, wo du eigentlich was mit dem Text machen möchtest. Und das heißt, wir wissen auch alle, dass am iPhone, am iPad ein bisschen begrenzt, aber gerade am iPhone, die Arbeit mit Text ist mühsam. Also mit richtig groß Text zu arbeiten, mit viel Text zu arbeiten am iPhone, das will man eigentlich nicht machen. Und darin liegt natürlich diese Mächtigkeit von Apples Integration, dass sie halt überall da ist, wo sowieso ein Texteingabefeld ist. Und das heißt, du nimmst einfach dieses, du arbeitest halt mit dem Text an der Stelle, an der der Text entsteht oder an der er auch weiterverarbeitet wird. Und damit nimmst du dir halt viele Reibungspunkte heraus auf einmal. Das macht halt dann am Schluss, macht das sicher einen großen Unterschied, weil es halt einfach da ist, wo es halt hingehört und nicht in der eigenen KI-App, zu der man dann immer hin und her wechseln muss. Ja, und in diesem Kontext muss man auch das nächste Teilfeature dieser Textbearbeitung sehen, nämlich dieses Korrekturlesen, was ja auch weitergeht als jetzt eine Rechtschreibüberprüfung, sondern eben auch, dass man eben angekringelt bekommt, stilistische, grammatikalische Fragen. Generell auch Formulierungen werden da auch, glaube ich, angemarkert, wenn die jetzt sehr ungewöhnlich sind. Dieser halbe Podcast hier wäre unterkringelt wahrscheinlich. Ja, also auch das recht nützlich. Das sah zum Beispiel in der Demo von Apple, fand ich, recht sehr positiv aus. Also zumindest jetzt mal eben für US-Englisch. Und auch diese Elemente, die wir ja sowieso schon in der Autokorrektur, vor allem in iOS 17 gesehen haben, dass die Autokorrektur Sachen verändert und man dann das Wort einfach antippt, um zum Beispiel wieder zurückzukehren, oder dass sie dir halt zeigt, welches Wort verändert wurde. Das erschien mir alles sehr nützlich. Und ich glaube, wenn das noch einen Schritt weitergeht und man diese Vorschläge bekommt und halt den ganzen Textkorrektur gelesen bekommt und auch die Hinweise bekommt, warum man jetzt vielleicht was anders schreiben sollte und dann halt sich einfach sagen kann mit einem Antippen, okay, ich übernehme die Änderung, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen. Und ja, also Texte werden durch Korrektur lesen meistens besser. Das wissen auch gerade die, die professionell mit Text umgehen, weil ein guter Gegenleser oder eine gute zweite Person, die im Thema steckt und drüber liest, fast immer halt den Text auf jeden Fall am Schluss besser macht, als er vorher gewesen ist. Das A und O ist natürlich aber auch die Frage, dass ich diese Funktionen auch überall habe. Und das ist ja bei den Writing Tools ja jetzt laut Apples Aussage auch gewährleistet. Also die sollen ja so tief verzahnt im System sein, dass die einem dann überall quasi, wo man mit Text arbeitet, dann über den Weg laufen. Und sie kommen praktisch gratis mit. Also die Entwickler müssen, sagen wir, nicht viel tun dafür, sondern wenn man halt eine Standard, diese Standard Textfelder hat, dann werden dort auch diese Writing Tools, also diese korrekte, jetzt diese KI-Funktionen für Text, werden dort einfach integriert sein. Und außer man hat irgendwie sehr ungewöhnliche eigene Sachen da für seine App geschmiedet. Dann muss man wahrscheinlich noch ein bisschen was anpassen. Aber ich würde davon ausgehen, dass da wahrscheinlich in 90, 99 Prozent aller Apps wird das einfach auftauchen. Ich vermute mal, dass sie das dann koppeln an diese Auswahlfunktionen, mit denen du ja auch dann kopieren und einfügen kannst. Das ist ja auch so eine Standard-API, das du dann im Text dann selektieren kannst. Und wenn das gewährleistet ist, über die Zwischenablage, ich nehme mal an, dass das auch der Weg ist, über den Apple dann da geht, dass sie dann da auch ihre neuen Intelligence APIs dann auf diesem Weg in die Apps dann reinbringen. Was aber eben sehr positiv ist, weil ich meine, da sind sie dann gleich überall präsent. Und diese Karte können sie dann ja eben dann auch dann gleich ausspielen. Ja, Text ist so der Anfang. Ich glaube, das wird in der Realität vieler Menschen schon eine große Rolle spielen. Eben auch, wie du sagst, so die Frage, man möchte was schreiben, aber man hat irgendwie nur so ein Rolling im Kopf und dann wird das halt in Form gegossen. Vielleicht werden ja auch Diskussionen im Netz eine ganz andere Qualität bekommen, wenn wir erst mal sehen, dass eben Apples Text-Tools dann überall in alle auch Social-Media-Apps dann da Einzug halten. Und zumindest die Texte nochmal Korrektur gelesen werden. Ich wäre ja schon dankbar für Satzzeichen. Also schauen wir mal. Große Hoffnung, dass ich damit verknüpfe. Möchte ich da nicht enttäuschen, aber ich würde die Prognose abgeben, dass sich da nicht viel dran ändern wird. Oje, du meinst, dass die Leute beratungsresistent sind, die dann eben darauf verzichten. Ja, ich glaube, das wird schwierig. Wir brauchen Optimismus in dieser Sendung, weil wir werden auch noch auf Dinge stoßen rund um die Intelligenz, die den Ausblick eher trüben, zumindest den kurzfristigen. Ja, gehen wir mal über zum Fokus-Mode. Das ist so ein nächster Punkt, der ganz interessant ist mit der Apple-Intelligence. Und zwar wird es einen eigenen Fokus-Mode geben für wenige Ablenkungen. Das klingt ja verheißungsvoll, aber bislang war es ja so, der Fokus-Mode hat ja seinen Nutzern viel Vorarbeit abverlangt. Nämlich, dass man genau den sich dann zurechtkonfiguriert, wenn man jetzt so ein bisschen individuelleres Setup haben möchte. Künftig soll die Intelligenz dann für uns entscheiden, wenn wir diesen Mode, diesen speziellen auswählen, was denn vielleicht relevant sein könnte und was nicht. Wie schätzt du das ein? Ist das zu euphorisch, wenn man sagt, das könnte für die Fokus-Modes ein Game-Changer sein? Der Ansatz ist auf jeden Fall der richtige, weil die Fokus-Modus, so mächtig und nützlich sie sind, so verwirrend und komplex sind sie auch. Und man braucht unglaublich viel Zeit, um sie anzulegen. Und es ist doch immer noch oft so, dass am Schluss Nutzer reinrennen in die Situation, ich bekomme bestimmte Nachrichten nicht mehr, obwohl ich eigentlich alles richtig konfiguriert habe. Also man gerät in so viele Sonderfälle und Seltsamkeiten mit den Fokus-Modi, dass ich auch immer wieder gemerkt habe, obwohl ich mich ziemlich lange mit denen beschäftigt habe, als sie jeweils neu waren in den Betriebssystem-Versionen, dass das Potenzial für Fehler sehr hoch ist mit den Fokus-Modi. Und diese Idee, das zu vereinfachen, indem KI zur Hilfe kommt und dann diese Auslese trifft, ist natürlich ein schöner Ansatz. Aber ich habe da noch erhebliche Fragezeichen, wie genau diese KI dann halt entscheidet, was letztlich für mich halt relevant ist und was nicht. Weil das ist ja schon schwierig, das für einen selbst abschließend zu beurteilen und zu beantworten, diese Frage, welche Nachrichten sind in welchen Situationen wirklich relevant. Weil wenn die KI nur ungefähr davon ausgeht, okay, der kriegt jetzt eine iMessage von einem Kontakt aus dem Adressbuch, in dem irgendwie, hey, wie sieht es aus mit heute Abend? Und klappt unser Termin oder so? Ja, solche simplen Fälle, wo du sagst, okay, das will die Person jetzt wahrscheinlich bekommen. Aber ich meine, für all diese grenzwertigeren, schwieriger zu beantwortenden Sachen, da weiß ich nicht, ob da ein KI-Modell tatsächlich das leisten kann. Also ich lasse mich da gerne überraschen, aber ich habe sehr starke Zweifel dabei. Ich glaube, es sind sehr berechtigte Zweifel, weil demgegenüber steht ja der Datenschutzgedanke von Apple und die Frage, wie kann das in Einklang gebracht werden? Man müsste ja den Nutzern wirklich sehr genau auf die Finger schauen, was sie machen, für welche Unterbrechungen sie empfänglich sind und dann vielleicht noch differenzieren, ob dann das ein Frust- oder ein Lusterlebnis war, sich unterbrochen oder unterbrechen zu lassen. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man es vielleicht von Kontakten abhängig macht, also dass man schaut, wer sind relevante Kontakte, wo man jederzeit auch ans Telefon geht und welche lässt man abblitzen. Sicherlich könnte auch da einfließen, die Statistik, die wir alle kennen, so aus der Batterie-Ecke in den Einstellungen, die meistgenutzten Apps und so weiter. Daraus lässt sich ja auch so ein bisschen so ein Schema ableiten, was vielleicht jetzt eine Unterbrechung wert ist und was nicht. Aber ich weiß nicht, ob der semantische Index, der da noch reinspielt, so eine Tiefe haben wird, dass das wirklich dann immer treffsicher ist. Ja, und die Problematik, wenn du zum Beispiel App-Nutzung und solche Sachen einfließen lässt, ist ja gerade, dass vielleicht Leute froh sind, wenn sie sich mal von den Apps, mit denen sie sowieso schon viel zu viel Zeit verbringen, eigentlich nicht wieder reingezogen werden, weil halt eine Benachrichtigung kommt, hey, willst du nicht mal hier neue Nachricht von XYZ angekommen? Ich meine, Social-Media-Kram kennen wir alle. In TikTok ist schnell, die Zeit verschwindet ja da einfach in solchen Apps und die Vorstellung, dann halt noch mehr in die reingezogen zu werden. Da wäre ja praktisch, hätte die KI das Falsche gelernt anhand der Nutzungsszenarien. Aber ja, also da müssen wir uns, glaube ich, überraschen lassen. Und ich habe auf jeden Fall große Hoffnungen. Ich glaube, dass das ein guter Ansatz ist. Und ich glaube, da kann KI auf jeden Fall was leisten, was vorher sehr schwierig halt zu sehen. Also entweder sehr viel manuelle Konfiguration erfordert hat oder man halt letztlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat. Leute gehen ja sehr unterschiedlich mit ihrer Nachrichtenflut um. Ich meine, manche haben einfach, sind dazu übergegangen, einfach komplett alle Benachrichtigungen abzuschalten. Andere lassen einfach alles durchlaufen und ignorieren halt 99 Prozent der Sachen. Das geht ja so in die Extreme. Und wenn wir da einen Weg finden, dass wirklich die Automatik das schafft, so ein bisschen zumindest in den Griff zu bekommen, wäre schon viel geworden. Ja, die Frage, die ich mir in dem Kontext stelle, ist natürlich aber auch, inwieweit man tatsächlich erwarten kann oder erwarten muss, dass das völlig stillschweigend im Hintergrund läuft. Oder ob, wir sprechen ja auch noch über ein Feature, was dem Nutzer ja schon ein paar Signale abnötigt, in welche Richtung etwas gehen soll. Ob vielleicht dieser Fokusmodus dann auch eine gewisse Anlernphase hat oder vielleicht so gerade im Beginn dann auch mal nachfragt, ist das jetzt für dich relevant? Möchtest du dich davon stören lassen? Und dann vielleicht angelernt wird und mit der Zeit dann auch souveräner vielleicht dann entscheiden kann, ob jetzt dann so eine Störung dann nötig ist oder nicht. Ich persönlich muss sagen, das wäre mir fast lieber, als wenn das so eine Blackbox ist, die irgendwie völlig daneben schießt und die ich dann nicht benutze, dass ich dann vielleicht für eine Weile dann einfach mal sagen kann, okay, ich gebe der KI jetzt ein paar Hinweise, was ja auch, sag ich mal, in puncto Datenschutz die vorzuziehende Variante ist. Also mir ist es ja lieber, ich sage, ich möchte dies und ich möchte das, als wenn das irgendwie so alles ausgeforscht wird und ich gar nicht weiß, wie viele Daten und wie viele Zusammenhänge da hergestellt werden. Aber warten wir es mal ab. Also bislang wissen wir ja noch sehr wenig über die Details dieses Modus. Der nächste Punkt. Leo schon ganz unruhig, weil er sich so freut. Es geht um die Mail-App und es geht um die Frage, muss man Mails, seitenlange Mails, künftig noch komplett durchlesen oder bekommt man eine Zusammenfassung? Ich wittere, du möchtest die Zusammenfassung haben. Natürlich, natürlich. Also ich finde eine Grundidee vor allem sehr gut, nämlich zu sagen, in diesen üblichen Vorschau auf E-Mails, die ja meistens standardmäßig so aus zwei Zeilen in den meisten Mail-Apps besteht, diese Vorschau zu benutzen und in diese zwei Zeilen halt nicht mehr die ersten zwei Zeilen der E-Mail reinzuhängen, die ja oft wirklich wenig aussagen, sondern halt eine Zusammenfassung oder eine Mini-Zusammenfassung zumindest in diese zwei Zeilen der Vorschau zu integrieren. Das finde ich eine sehr gute Idee, sehr guten Ansatz. Da kann, glaube ich, nicht allzu viel schief gehen. Da ist, denke ich, auch immer eigentlich was gewonnen, selbst wenn die Zusammenfassung natürlich irgendwas hinten runterfallen lässt. Aber das ist natürlich nur ein Schritt davon. Der nächste Schritt ist ja natürlich dann, sobald du in die Mails reinnavigierst, was kannst du dir dann da halt vielleicht noch größer zusammenfassen lassen? Und da wird es natürlich dann interessanter, ob wir auf eine Welt zusteuern, wo sich dann sowieso nur noch die Mails automatisch zusammengefasst angenommen werden und dann mit, da kommen wir gleich dazu, mit Smart Reply halt automatisiert auch wieder beantwortet werden, weil dann können wir irgendwann wirklich unsere Mail-Apps untereinander kommunizieren lassen. Ist vielleicht aber auch gar keine so verkehrte Vorstellung. Ich sehe, du bist ein gebranntes Kind, was Mails angeht. Nein, aber ich gehe vielleicht selber noch einen Schritt zurück. Also grundsätzlich, diese Kurzzusammenfassung finde ich auch sehr sinnvoll. Was mich vor allem fasziniert, ist das Feature, dann den Posteingang nach Prioritäten dann staffeln zu lassen, weil ich glaube, dass da die Mail-Kommunikation an Qualität nichts verliert. Also jetzt so global gesehen für mich selbst allerdings eine große Zeitersparnis da ist. Denn ich muss mich jeden Tag durch unzählige Newsletter und sonstige Zusendungen wühlen, die gar nicht für mich so relevant sind, die nicht auf den ersten Blick offenbaren oder dass nicht die Mails auf den ersten Blick sich offenbaren, die ich brauche, die ich eigentlich suche beim Durchscannen meines Posteingangs. Dann könnte man natürlich sagen, ja, setz dich doch mal hin und mach mal schlaue Filter. Habe ich auch schon alles probiert. Ist erstens eine Schweinearbeit und zweitens ist es dann eben auch so, dass ich die, dann kommen ja immer neue Newsletter mit neuen Absenderadressen und schon ist der Filter dahin und irgendwie ist die Motivation schnell dahin. Da sehe ich wirklich ein riesiges Potenzial, dass unsere Posteingänge handelbarer werden in der heutigen Zeit. Ja, ob dann der nächste Schritt mit den Antworten auch so toll ist. Also ich glaube, das ist am Ende auch nachher so eine Frage von, wie gut kann man die Antworten erkennen und bei welchen Gelegenheiten macht man es? Ich glaube, es gibt Mail-Absender, die legen keinen Wert darauf, eine handgeschriebene Nachricht zu bekommen. Die wollen nur schnell eine Antwort bekommen. Dann ist Smart Reply wahrscheinlich besser. Und es gibt andere, die sehen es wahrscheinlich als Beleidigung an, wenn du ihn dann per Automatik antwortest. Ist natürlich wahr. Ich meine, diese Mail-Einsortierung, ich meine, der bekannteste Anbieter, der das ja macht und auch eigentlich ziemlich gut macht, ist natürlich Gmail. Also da haben wir ja diese Art von Kategorien jetzt schon länger und jetzt so von meinem persönlichen Nutzung her, würde ich sagen, das funktioniert doch schon sehr, sehr, sehr gut. Und also gerade so diese ganzen Werbe, also auch gewollte Werbe-E-Mails und Newsletter und so weiter, das wird bei mir echt sehr, sehr klar. Oder ich meine, inzwischen bekommst du ja, du bekommst ja für jede DHL-Lieferung schon fünf E-Mails inzwischen oder zehn, wenn halt irgendwie die Zustellung sich verzögert und so weiter. Das ist ja, jeder Online-Shop schickt dir inzwischen vier Mails, bevor überhaupt die Bestellung rausgegangen ist. Ich meine, das kennen wir alle und das sind ja E-Mails, die manchmal interessant sein können, weil man halt weiß, okay, das ist jetzt eine Statusmeldung, da ist jetzt was passiert, ist für mich vielleicht relevant. Aber in den meisten Fällen kann man das natürlich auch einfach wegsortieren und sagen, okay, ich schaue in dieses Postfach rein, wenn ich halt nach einer, auf eine Bestellung warte oder halt schaue, ob die versandt wurde. Aber ansonsten interessieren mich diese sieben Mails von DHL halt nicht, weil es hat halt keine Bewandtnis. Und halt auf der anderen Seite natürlich dann die E-Mails, die Gmail eigentlich auch ganz gut so in die Haupt-Inbox einklassifiziert. Das funktioniert eigentlich recht gut. Aber natürlich ist auch Gmail manchmal halt verwirrt darüber, was ist jetzt eine echte Person, die ein echtes Anliegen hat und was ist vielleicht dann irgendwie doch auch, zum Beispiel auch E-Mails, die halt einfach zum Beispiel fälschlich in meiner Inbox landen, das ist bei Gmail irgendwie so ein Klassiker bei mir. Die landen natürlich dann auch in der Haupt-Inbox, obwohl die mit mir nichts zu tun haben. Das heißt also, Gmail hat keine Vorstellung, sind das irgendwie wirklich persönliche Kontakte von mir, sondern es hat nur das Gefühl, okay, das scheint ein echter Absender, eine echte Person zu sein und haut es damit gleich in die höchste Prioritäts-Inbox, was kein verkehrtes Vorgehen ist. Und ich denke, dass auch Apple in Apple Mail, wir sprechen ja, letztlich sprechen wir ja hier über Apple Mail. Das muss man ja auch dazu sagen. Das ist ja jetzt wirklich eine Funktion, die auch sehr genauso wie bei Gmail, aber auch diese Funktion ist halt super spezifisch, halt auf eine, wird uns in einer App begegnen. Wenn man diese App benutzt, gut. Wenn man eine andere App benutzt, ist man halt auf den jeweiligen Anbieter. Ich meine, Outlook zum Beispiel hat ja auch so ein Konzept von der Haupt-Inbox und einem sonstigen Inbox, wo halt alles andere einsortiert wird, was jetzt nicht irgendwie so viel Priorität hat. Und auch das muss man aber super lang antrainieren und anlernen letztlich, damit Outlook so halbwegs weiß, was halt in die Haupt-Inbox soll und was nicht. Aber ich begrüße alles, was irgendwie Mails managebarer und irgendwie in so eine bessere Bewältigbarkeit bringt, ist, glaube ich, so oder so begrüßenswert. Ja, und überhaupt, du sagtest ja gerade, dass die Mail-App von Apple mal wieder ein bisschen mehr Liebe bekommt, und bei der hatte ich ja auch schon manchmal so mir Sorgen drum gemacht, bin tatsächlich begeisterter Mail-App-Nutzer. Ich mag die eigentlich sehr gerne und das ist der Grund, warum ich trotz eines Gmail-Accounts über die Mail-App gehe, was man als törig bezeichnen könnte, weil du hast ja gerade aufgezeigt, wie komfortabel es tatsächlich ist, wenn man den Gmail-Weg dann geht. Aber wer jetzt also Apple treu geblieben ist bis hierhin und jetzt künftig die Intelligence hat, der hat tatsächlich gute Chancen, eben das Beste beider Welten sozusagen dann zu bekommen. Ja, ich bin gespannt. Also das stelle ich mir ganz interessant vor, auch diese smarte Antworten-Funktion. Wobei ich da persönlich glaube, wir reden ja jetzt über drei Plattformen auf die Apple-Intelligence am Anfang kommen wird, iPhone, iPad und der Mac. Auf dem Mac wird Smart Reply, glaube ich, jetzt nicht das Killer-Feature sein, was die meisten benutzen. Auf dem iPhone dafür ja wahrscheinlich umso mehr, oder? Ja, also das ist natürlich wirklich eine Lösung, die gerade für dieses Unterwegsproblem, also wo man halt meistens nicht motiviert ist und auch vielleicht gar nicht in der Lage ist, lange E-Mail-Antworten einzutippen, sondern sowieso gerade nur schnell auf der Tastatur wischen würde, ja, ich sage zu oder ich bin dabei oder ja, ich schaffe den Termin. Das kriegt man ja auch so gerade noch hin. Aber das ist natürlich zu vereinfachen und zu automatisieren mit diesen Smart Reply, die dir praktisch vorschlagen, wie du jetzt antworten könntest und da hatten sie ja auch dieses Konzept, ja, die kann natürlich dann auch ein bisschen sehen, was letztlich abgefragt wurde und zum Beispiel dann kannst du beantworten, ja, ich komme und bringe noch irgendwie drei Begleitpersonen mit oder sowas. Also diese Idee, dass das mehr als nur so ein simples Ja, Nein als Antwort ist, ist natürlich auch ein schöner Ansatz. Bleibt auch hier natürlich sehr groß, wieder abzuwarten, wie das dann im Detail aussieht und natürlich auch lokalisiert, also in verschiedenen Sprachen, wie das auf Deutsch funktioniert. Ich bin sehr neugierig darauf auf jeden Fall. Ich denke da jetzt sofort dann an Microsoft Teams, was das ja auch schon integriert hat, dass man immer drei Antwortvorschläge bekommt und meistens dient es eher zum Amüsement als zur tatsächlichen Nutzung. Also wenn Leo das nächste Mal fragt, wollen wir einen Podcast aufnehmen, dann kommen dann die drei Antwortoptionen. Ja, Nein, Och Nö, nicht schon wieder. Wo wir diesen manchmal, das sind ja immer so zwei, die relativ euphorisch sind und eins so, äh, nee, lass mich in Ruhe. Genau. Finde ich aber, man muss sagen, dass ich manchmal, also es ist nicht unbedingt das, was ich dann als Antwort in Teams wählen würde, aber ich muss sagen, manchmal sind die nicht so verkehrt, weil, also um mal schnell einfach nur irgendwie so eine Mini-Reaktion zu schicken, ähm, ja, ich bin denen nicht ganz so abgeneigt. Ja, das ist richtig. Also ich glaube tatsächlich, sie sind inhaltlich gar nicht so daneben, aber da sieht man eben auch diese vorhin erwähnte Hemmschwelle mit der Frage, will man maschinell antworten? Also es ist auch echt so eine philosophische Frage. Wahrscheinlich würde es kaum einer merken bei den Antworten, die einem da angeboten werden, wenn man jetzt einfach nur mit Ja, Nein antwortet, könnte man ja auch eintippen. Dennoch habe ich immer das Gefühl, es hat irgendwie so dieses Label, der, der Vollpelz, der lässt nur noch die Maschine für sich antworten. Und da bin ich tatsächlich auch gespannt, ähm, ob die theoretische Möglichkeit dann auch in der Praxis dann nachher wirklich eingesetzt wird, egal wie gut Smart Reply dann in der Realität ist. Der nächste Punkt, ähm, auf der Liste geht in eine ähnliche Richtung. Es geht auch um einen Nachrichteneingang, aber einen, an dem Apple schon öfter mal gefeilt hat. Der letzte große Approach war ja der, dass sie da diese, ja, Zusammenfassung angeboten haben für bestimmte Tageszeiten. Jetzt künftig sollen Push-Nachrichten auch dann von der KI nach Priorität geordnet werden. Ja, das klingt doch auch erstmal schön, oder? Neugierig, auch hier sehr groß bei mir auf jeden Fall und sicher auch ein Problem, das sich bei mir dadurch vielleicht lösen könnte, wenn es halt gut umgesetzt ist. Natürlich auch hier eben wieder mit der alten Herausforderung, wie stuft die KI diese Priorität ein? Und wie weiß die KI, was halt da von mir ist? Es ist ja ein bisschen wie genauso der Fokusmodus, über den wir gesprochen haben. Und diese Prioritäts-Push-Nachrichten, das greift ja wahrscheinlich an. Diese Modelle, die KI-Modelle, die da drunter laufen, die müssen ja alle ineinander ein bisschen greifen oder auf eine ähnliche Basis aufsetzen und nach einer ähnlichen Weise funktionieren. Und da bin ich halt, und Mail-Posteingang nach Priorität ist ja dasselbe. Ich meine, Push-Nachrichten geht dann halt noch ein bisschen breiter als jetzt nur E-Mails. Und das ist natürlich, wenn es funktioniert, ist es halt toll. Die Frage ist halt, wie viel wird halt falsch einsortiert von der Priorität her und wie sieht es dann tatsächlich aus damit? Aber ja, ich glaube, also auch da wieder Nachrichtenflut, eindämmen in irgendeiner Form, in Kanäle zu lenken, ist ein guter Ansatz und ein richtiger Ansatz. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass da ganz knallhart nach Kontakten geguckt wird, dass wenn zum Beispiel eine Messenger-Nachricht kommt und da taucht als Keyword dann der Name von jemandem auf, der im semantischen Index ganz oben steht, dann wird das automatisch nach oben gruppiert und die tägliche Nachrichtenzusammenfassung von Botti, wenn man kein Botti in seinem Adressbuch hat, die hat dann leider verloren. Die kommt dann hinten an. Ja, ich bin gespannt. Ich meine, der Hinweis auf die verschiedenen Anläufe, Push-Nachrichten zu reorganisieren, den habe ich bewusst gewählt, weil immer irgendwie so ein bisschen blieb, ja, so im Prinzip ist es irgendwie verbessert worden, aber es werden ja auch mal mehr Push-Nachrichten und der Dickicht wird immer schwerer zu durchblicken und ich glaube, auch für die KI wird das keine ganz einfache Aufgabe werden. Also ich bin gespannt, ob das tatsächlich für die Push-Nachrichten mal der große Wurf ist oder wieder nur eine kleine Arbeitserleichterung, um den Überblick zu behalten. Bitte. Nur die, weil mir gerade die Sorge durch den Kopf gegangen ist, dass wir gesehen haben, all die verschiedenen Werkzeuge, die Apple so im Laufe der Zeit in sein Mitteilungssystem integriert hat, zum Beispiel mit diesen dringlichen Mitteilungen und solchen Konzepten, die führten natürlich auch immer dazu, dass App-Anbieter das mitunter natürlich schon auch missbrauchen. Also ich meine, ich glaube, jeder kennt diesen Lieferdienst, der halt die sinnvollen Status-Mitteilungen pusht, der dir aber auch halt jeden 5-Prozent-Coupon ihr am Tag drauf pusht. Also das kennt vermutlich inzwischen auch jeder und das ist natürlich so eine Unsitte geworden, dass halt der, dass halt zwischen den eigentlich sinnvollen Benachrichtigungen, die man bekommen will und der Werbung ist halt ein sehr dünner, da ist keine Grenze, sondern das verwischt halt alles. Auf eine schlägt so in das andere über und das ist halt sehr ärgerlich, weil damit natürlich Push-Nachrichten auch einfach schnell sehr, sehr nervend sind. Und Apple hat ja, es gab ja mal lustigerweise, die haben sie ja irgendwann gestrichen praktisch, aber diese Vorgabe, so Push-Nachrichten dürfen nicht für Werbung verwendet werden. War halt eine super Regel, war eine von den Regeln, die wirklich einfach jeder ignoriert hat unterm Strich und Apple auch nicht wirklich durchgesetzt hat. und das war aussichtslos unterm Strich einfach. Ist auch schwierig von Apple durchzusetzen, weil ich habe tatsächlich auf meinem iPhone auch schon mal für Apple Music und Apple TVPs kleine Werbenachrichten von Apple bekommen. Klar. Ja, klar. Ja. Ja, ich denke, also ich meine, so richtig Premium wäre dieses Feature ja, wenn dann eben auch die KI irgendwie berücksichtigt, wie oft man solche Nachrichten dann aufruft und vielleicht sogar qualitativ beurteilt, welche Art von Nachrichten man aufruft. Ja, also ich glaube, da muss man auch vorsichtig sein mit den Erwartungen. Wir sehen jetzt ja so die erste Welle von Apple Intelligence, Features auf uns zurollen. Das heißt ja auch nicht, dass die, die jetzt da sind, dann in Beton gegossen sind, sondern eben ja auch jetzt in den nächsten Jahren weiterentwickelt werden. Also was wir so teilweise überlegen, kam mir schon in den Sinn, das könnten dann tatsächlich auch so weitere Ausbaustufen sein, dass man eben mit leistungsfähigeren Geräten, mit der KI, die mehr lernt und der weiterentwickelten Software, dass die dann noch Fahrt aufnehmen mit den Jahren. Das ist ja so eine interessante Geschichte insgesamt an den ganzen KI-Modellen und KI-Apps, dass die ja, und da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie das jetzt im Kontext von Apple Intelligence jetzt Apple mit seinen eigenen Modellen löst, weil diese Modelle an und für sich, die lernen ja nicht wirklich. Also ich meine, die sind ja einfach so, wie sie sind und du schmeißt halt Zeug rein und es kommt halt Zeug raus und dann kannst du natürlich diese Modelle für irgendwelche Sachen anpassen und dann machen sie Sachen gewiefter. Aber um dieses Modell, sagen wir, zu verbessern, also ich meine, natürlich kannst du so lernen, wahrscheinlich also solche Sachen, dass du irgendwie selbst Priorität einstufst. Da könnte Apple sicher was bauen, um das natürlich mit reinzunehmen oder zu beeinflussen. Aber das Modell an und für sich ist ja relativ statisch und das heißt, Apple muss eigentlich hingehen und dann halt, wann machen sie das? dem müssen wir dann bis iOS 19 warten, bis praktisch die Modelle, die halt Apple auch lokal jetzt auf die iPhones spielt im Rahmen von Apple Intelligence, um die halt wirklich zu aktualisieren, nachdem sie mal ein Jahr gelernt haben, was da so passiert mit ihren Modellen. Das sind alles noch leider sehr, sehr offene und ungeklärte Fragen. Eine sehr gute Frage und vor allem, ich frage mich ja auch, Apple, sie spielt ja nun sehr diese Datenschutzkarte und was ich so heraushöre, ist immer, dass sie ja so wenig wie möglich ja auch aus den Daten der Nutzer lernen möchten und lieber aus dem Public Web lernen. Ja, ja. Ich habe dann so den Eindruck, dass am Ende da sehr viel Wissen reinläuft, was mit iPhone-Nutzern nichts zu tun hat, um die iPhone-Nutzer zu schonen, dass aber den iPhone-Nutzern es ja viel nützlicher wäre, wenn ihr Wissen sozusagen oder ihre Spezifika dort dann Berücksichtigung finden und dann winnen sie sich ja so ein bisschen in der Frage, wie dann zum Beispiel aus dem Private Cloud Compute dann in sehr anonymer Weise vielleicht doch Erkenntnisse einlaufen in das Training dann der KIs. Also das wird sehr spannend zu beobachten sein in den nächsten Jahren, wie du schon sagtest, in welchen Intervallen das dann lernt, weil eigentlich kann Apple das kaum durchhalten, dass sie nur jedes Jahr was machen, während alle anderen ja Zwischenversionen 3.5 und irgendwas rausbringen und zweitens das typische Apple-Problem. Man verliert den Fokus. Also ich meine, bei Siri ist ja auch mal mit viel Potenzial gestartet und alle haben gedacht, wow, wenn wir das in fünf Jahren sehen, nicht wiederzuerkennen. Doch, es war wiederzuerkennen, es war fast die gleiche wie vor fünf Jahren und das haben wir schon einige Male gesehen, dass dieses Dranbleiben und wirklich kontinuierlich weiterentwickeln. Da frage ich mich, ob bei der Apple Intelligence da mehr Energie dran ist oder ob Apple dann zwischenzeitlich schon wieder andere Baustellen hat, wo sie dann mehr sich verlieren und ja, ob sie das durchhalten letzten Endes. Ja, das wird sich tatsächlich erst beweisen müssen, weil das wirkt jetzt natürlich, also auf dieser WWDC war es natürlich klar, dass das irgendwie der große Fokusbereich für Apple war und der wichtigste Bereich und das wird jetzt sicher auch die nächsten Monate noch der Fall sein, aber wenn sie dann, das ist halt tatsächlich der Knackpunkt, wenn sie dann dieses Basisgerippe oder dieses Basisgerüst geschaffen haben für ihr KI-Modell und die serverseitige Komponente und all dieses drumherum, dann steht es und arbeitet und macht wahrscheinlich seine Sachen auch ganz okay, manche Sachen besser, manche schlechter und dann überlegt man sich irgendwie mal so, ja gut, was machen wir jetzt nächstes Jahr mit diesem Funktionsumfang und das wäre tatsächlich ein bisschen sehr, das wäre so eine sehr langsame Herangehensweise, die vielleicht in dem Fall tatsächlich ein bisschen zu langsam ist, wenn du überlegst, dass wir wirklich ja jetzt von konkreten Funktionen sprechen, die so im System sind, da kann man, glaube ich, könnte man eigentlich sehr schnell vorangehen jetzt mit der Weiterentwicklung, gerade jetzt so rund um Apple Mail oder sowas, aber da sehen wir ja, dass Apple insgesamt relativ langsam ist, was solche Sachen angeht und das halt immer an die großen Releases, die großen Veröffentlichungen von so einem Betriebssystem knüpft, die halt einmal im Jahr nun mal stattfinden. Sie verkaufen es ja immer so, dass sie sagen, sie machen es halt mit Bedacht, also sie machen nicht so, sie hauen nicht so Dinge raus, sondern sie überlegen sich dann immer dann sehr gründlich, aber ja, es ist in der Tat die Frage, ob in diesem ja teilweise hyperventilierenden KI-Zeitalter das von den Nutzern weiterhin so gutiert wird oder ob die nicht auch sich dann in ihren Erwartungen an das anpassen, was in der KI-Welt da los ist und mit welcher Schlagzahl es da zugeht. Ich meine, wir denken nur mal, wie diese ganze Chat-GPT-Entwicklung in zwei Jahren fast die für ein Tempo hatte und wie viele Zwischensteps wir da hatten. Jetzt sind wir bei GPT-VO und ich glaube, es kann schon sein, wenn die Sendung vorbei ist, dann sind wir schon bei GPT-5 oder so, keine Ahnung. Also es geht rasant, wobei, da habe ich gerade gelesen, das zieht sich ein bisschen hin, aber trotzdem, also es geht halt sehr schnell und auch die Mitbewerber von OpenAI, die sind ja auch dann nicht untätig, Google, Anthropic und, und, und. Also da, wenn da Apple mitspielt, glaube ich, werden sie sich dem nicht ganz entziehen können. Aber gehen wir wieder in die konkrete Anwendungsebene zurück, denn jetzt leuchten meine Augen, jetzt kommt mein Lieblingsfeature, mein bisheriges bei der Apple Intelligence. Ich möchte behaupten, es ist das wagemutigste Feature von Apple, weil sie da tatsächlich mal generative KI sehr weitgehend einsetzen. Es ist die Funktion Cleanup in Fotos, darunter muss man sich vorstellen, also man hat so ein klassisches Gruppenbild, im Hintergrund die Niagara-Fälle zum Beispiel und dann läuft irgendeiner im Hintergrund rein, bohrt sich richtig schön an der Nase und dann hast du den im Bild und künftig kannst du dann einfach rangehen, in vielen Fällen sagt die KI dann einfach umrandet ihn schon so oder lässt ihn so ein bisschen schimmern, den Störenfried und du machst mit einem Fingertipp das dann weg oder aber du kannst mit dem Finger zumindest so ein bisschen schraffieren und dann hast du dann eben das, den, die Person, das Objekt, was du weghaben möchtest, dann weg aus der ganzen Sache. Die KI sorgt dafür, dass ein passender Hintergrund dann ergänzt wird. Leuchten deine Augen auch angesichts dieser Vorstellung? Schon, schon. Also das ist natürlich, das ist ja sowas, was man bei Google Fotos durchaus ja schon finden kann, solche, oder bei der Konkurrenz schon teilweise finden kann. Da ist dann wirklich am Schluss natürlich auch die Umsetzung das Entscheidende und wie effizient und wie einfach und wie gut ist dann tatsächlich der Hintergrund halt generiert, der neue Hintergrund. Man sieht ja, in den Beispielen werden ja oft solche Strandsituationen gewählt, wo irgendwie relativ klar ist, okay, da ist jetzt Sand, dann kommt irgendwie ein bisschen Welle mit Weiß und dann kommt halt mehr. Und ich glaube, Computer sind da inzwischen, relativ gut in der Lage, um solche Sachen halt einzufüllen. Aber was passiert, wenn du halt irgendeine seltsame Musterung vor einer Hauswand hast oder im Hintergrund halt zwölf Katzen sind oder irgendwelche komplizierten Musten, also so ein komplizierteres Muster aus Dingen, das im Hintergrund ist, was ja auch generiert werden muss und wo es halt nicht praktisch nicht reicht, diese Fläche, die dort halt fehlt in dem Bild, weil halt diese herausgeschnittene Person oder was auch immer Gegenstand davor war und die halt wieder reinzubekommen. Also sehr spannende Funktion und auch immer noch ja sehr sanfte Geschichte in dieser ganzen, wir machen Bilder zu etwas anderem, als sie halt waren ursprünglich oder nehmen sozusagen das Original, das authentische Foto, was halt, dem man irgendwie so nachhängt, nehmen wir halt komplett raus. Aber ich denke, das ist einfach, ich meine, das ist so ein Klassiker von Bildbearbeitung, was halt einfach wirklich praktisch jeder gebrauchen kann. Weil also ich meine, störende Elemente in den Fotos kennt jeder und hat sich sicher jeder schon mal weggewünscht und viele wahrscheinlich schon mit dem, was halt die üblichen Bildbearbeitungstools so anbieten, damit gearbeitet, wo man ja oft auch einfach praktisch dann so den Hintergrund so verwischt und dann so drüber weggewischt. Funktioniert manchmal eben auch schon okay, aber ist natürlich meistens mühsam und vor allem, wenn man mit eben Maskierungen und so weiter anfängt, dann muss man sich ja schon ein bisschen mehr bemühen, das irgendwie auch zu automatisieren und dann wirklich ein schönes Ergebnis am Schluss rauszubekommen, wäre sehr erfreulich auf jeden Fall und ist einfach eine Funktion, die auch in iOS natürlich gehört, weil da ist Apple definitiv ein bisschen hinterher. Es gibt aber auch Kleingedrucktes, das hat Apple dann auch gleich in dem Kontext gesagt, das eigentliche Motiv des Bildes kann man jetzt nicht rausnehmen. Also wenn man jetzt zum Beispiel jemanden fotografiert vor einer tollen Naturkulisse, dann dieses Porträt wird man dann wahrscheinlich nicht dann eben in ein Landschaftsbild umwandeln können. Umgekehrt, und das fand ich ganz interessant, wenn du so eine Art Totale hast, also da gab es dann dieses Beispiel des Apple Parks, wo dann eben Leute vor diesem Regenbogen da vorbeilaufen und die waren dann relativ klein drauf zu sehen, waren aber im Vordergrund. Die bekommst du dann wiederum weg, also da bin ich auch gespannt, wo da die KI die feine Linie zieht zwischen was ist denn jetzt Motiv und was ist da jetzt Beiwerk und was kann weg, was darf bleiben. Ja, mal sehen, wie das in der Realität dann ist. Es ist ganz interessant, also ich meine, es ist klar, dass sie diese Geschichte, diese Funktion zu Apple Intelligence zugeordnet haben, weil die natürlich auch eben als Modell wahrscheinlich ja auch hoffentlich dann lokal auch auf dem Gerät einfach läuft und ausgeführt wird und dafür natürlich ein bestimmter Leistung und Speicherbedarf auch sicher angesetzt wird. Je nachdem, wie groß Fotos sind, kennt man ja auch, das geht ja dann schnell, wird ja schnell, erfordert schnell auch dann Leistung. Aber bei Fotos sieht man ja gerade, wie viel Apple schon vor Apple Intelligence rund um Bilder gemacht hat und gerade was sie in den letzten Jahren ja angefangen haben, automatisch diese Vordergrundobjekte letztlich freizustellen, sodass man halt ein bisschen albern diese Stickerchen sich erstellen konnte. Aber all das sind ja Basiselemente von dem, was wir jetzt auch mit diesem praktisch Hintergrund-Entfernt-Tool oder störende Elemente im Entfernt-Tool sehen oder auf der Vision Pro in Vision OS 2, was ja mit Apple Intelligence praktisch nichts zu tun hat oder zumindest nicht unter dieser Markenname dazu zusammengefasst wird, dass Apple ja dir die Option gibt, halt jedes deiner Fotos, auch uralte Fotos, einfach automatisiert zu so einem räumlichen Foto zu machen, in dem halt die verschiedenen Bildelemente praktisch analysiert werden von KI oder maschinellen Lernung in diesem Fall, wenn man dann diese komische Trennung halt machen möchte und dann halt der Bildaufbau einfach räumlich gesetzt wird, weil halt die KI weiß, wo ist halt, was sind Elemente im Vordergrund, was sind Elemente im Hintergrund und dir plötzlich eine letztliche künstliche Tiefe erzeugt. Und ich habe mir das letztens gerade angeschaut und deshalb ist das bei mir noch sehr präsent im Kopf, weil es natürlich tatsächlich, also ich meine, das hat, man sieht, wo halt Problemstellen im Foto sind, aber insgesamt ist dieser Effekt unglaublich gut und du hast halt plötzlich, weil du kannst das dann eben auch, du kannst dann halt irgendwie das auf die Fotos, auf denen die Kinder noch klein sind oder so, kannst du das plötzlich anwenden und hast halt diese, diese Situation, in der du vor vielen Jahren warst, hast du plötzlich in so einem räumlichen Bild vor dir einen unglaublichen intensiven Effekt, also da, um da, nur weil mir jetzt gerade die, die mir schon fröhlich in den Kopf gegangen ist, aber diese Fotogeschichten, alles was Apple rund um Fotos baut im Moment, sind eigentlich unglaublich mächtige Werkzeuge, weil Fotos natürlich so ein persönliches Medium für uns alle sind, wenn man in das eingreift und dieses Medium hat das halt immer Konsequenzen und gute wie schlechte. Ja, aber ich habe den Eindruck, dass Apple diesen Unterschied zwischen Intelligence und eben sonstigen Machine Learning Funktionen da macht, aufgrund der Frage des Generativen. Also beim, bei dem 3D-Bild, klar, das kann auch schief gehen, aber es ist ja eigentlich nur eine funktionelle Ergänzung des vorhandenen Bildes, ohne das Motiv zu ändern und bei dieser Cleanup-Funktion gehen sie ja tatsächlich daher und erzeugen einen Hintergrund, den es ja nicht gibt, der rein virtuell und fiktiv ist, aufgrund eben von Wahrscheinlichkeiten und man sieht ja eben auch, wie, ja, wie sehr das für Apples Verhältnisse eigentlich schon ins Risiko geht. Also andere KI-Anbieter lachen ja darüber, die machen ganz andere Scherze, wenn ich nur daran denke, was Adobe da ja veranstaltet, dass du dann ja ganz neu, du kannst ein, kannst ein Wal dann plötzlich ins Bild rein retuschieren, einfach per Text-Prompt. Soweit geht Apple natürlich beileibe nicht und es ist ja auch gemessen an der, an den Bildfunktionen ja auch die einzige, die ich jetzt so im Blick habe, die tatsächlich an Echtbilder richtig rangeht und jetzt nicht irgendwie so Comick-hafte Welten zeichnet oder eben alles so sehr erkennbar künstlich macht, damit man bloß nicht auf den Gedanken kommt, das könnte in echt passiert sein. Womit wir dann auch bei den nächsten Funktionen sind. Da sind wir schon bei den nächsten Bild-generativen Sachen. Das ist, das nächste wäre, worüber wir sprechen wollen, Image-Rent. Das ist ja eine Funktion, man kann in der Notizen-App zum Beispiel jetzt irgendwie, was weiß ich, ein Häuschen skizzieren und wenn man jetzt des Zeichnens nicht so toll mächtig ist, kann man einfach das dann umkreisen, hat so ein Kontextmenü und kann sagen, mach mal was Nettes draus und dann kriegt man dann eine schöne kolorierte Zeichnung dorthin, vereinfacht gesagt. Richtig, richtig und da wird man darüber diskutieren müssen, wie schön diese generierte Zeichnung unterm Strich dann tatsächlich letztlich ist. Also auch da haben ja Apples Beispiele durchaus für Erheiterung gesorgt, weil die eine sehr schicke Skizze zu einem sehr hässlichen generierten Bild gemacht haben. Natürlich auf der anderen Seite, also weiß ich auch, dass bei meinen Skizzen die Hoffnung besteht, dass diese generierten Bilder besser sind als die Skizze, hoffe ich zumindest. Also ich bin auf jeden Fall neugierig, wie das dann tatsächlich unterm Strich einsetzbar und wirklich sinnvoll einsetzbar ist. Also weil ein beliebig generiertes Bild, also ich meine, je nachdem, was man da für eine Art von Präsentation oder Notiz oder was auch immer macht, einen gewissen Anspruch braucht ja das Bild mitunter auch. Also entweder man hat, wenn man jetzt irgendwie wirklich ein bestimmtes Objekt irgendwie zeigen möchte, dann braucht man vielleicht wirklich ein Bild oder ein Foto von diesem Objekt und ich weiß noch nicht genau, ob wir mit diesen generierten Elementen da so weit kommen. Auf der anderen Seite gibt es, also den Anwendungsfall gibt es garantiert. Also ich bin der dieser Funktion per se nicht abgeneigt. Ich frage mich halt nur, ob sie die Ergebnisse liefert, die sich Leute so vorstellen. Ich weiß nicht, ob das bei dir mehr Enthusiasmus ausgelöst hat, dieses Konzept. Ja, auch Zweifel und Skepsis, weil wie du sagst, die Frage ist halt, wie gut muss das Ausgangsmaterial sein für die Erkennung? Also diese Funktion hilft ja vor allem den Leuten, die jetzt nicht so gut zeichnen können, dann eben weiter im Idealfall. Weil wenn ich so toll zeichnen kann, wie in den Apple-Beispielen, brauche ich diese Funktion eigentlich nicht. Oder anders noch, im besten Falle wäre es eigentlich so, dass sie in meiner Zeichnung, so wie diese Handschriftgeschichte, die sie ja auch machen, auf den, auf Trab hilft. Also ich male ein Haus, das sieht krackelig aus und dann wird aber auch nur eine Strichzeichnung daraus gemacht, die einfach schöner aussieht. Das wäre so mein Erwartungshorizont. Da muss eigentlich jetzt nicht irgendwie so ein, Microsoft-Windows-Clipart von 1989 jetzt rauskommen, wie das da jetzt ausgesehen hat. Das ist halt genau der Punkt. Also diese Clipart-Assoziation, die hatte ich auch und da habe ich mich halt gefragt, ist damit viel gewonnen? Also ist gewonnen damit, dass wir einen unglaublichen Computerzauber auffahren, der ja auch Rechenleistung kostet und irgendwie praktisch Konsequenzen hat, trainiert werden will und einen riesen Aufwand erfordert, dafür, dass wir am Schluss halt irgendwie so Clipart-Bildchen da rausfallen lassen, die wir in unsere Präsentationen einsetzen. Und da war ich auch, also dieser Gedankengang, der hat mich relativ frustriert, muss ich sagen. Und ich weiß ja, ich werde mich auch gerne von dieser Funktion auch überraschen lassen und auch gerne meine Meinung da revidieren, wenn wir die dann tatsächlich mal ausprobiert und getestet und im normalen Alltag eingesetzt haben. Aber im Moment sehe ich das alles, also was diese Form von Bildgenerierung angeht, sehe ich sehr, sehr kritisch. Dem PowerPoint-Fanclub gefällt das. Ja, vielleicht. Ja, aber ich möchte eigentlich auch keine Fürsprache leisten dafür für eine Welt, in der wir noch mehr Cliparts zu sehen bekommen. Eigentlich sind wir ja ganz froh gewesen, dass wir das Zeitalter ein wenig hinter uns gelassen haben und vielleicht anstelle dessen qualitativ bessere Bilder dann da zu sehen sind. Vielleicht eben auch KI-generierte, weil man sich dann dieser rechte Frage, ich muss ein Bild vielleicht zum Beispiel kaufen, die Nutzungsrechte dann so entziehen kann. Ja. Ja, es ist dann so eine Rolle rückwärts, wenn wir da jetzt wieder mit den Cliparts kommen. Aber es ist am Ende auch die Frage, wie oft wird dieses Feature wirklich genutzt? Denn gleich das nächste Feature, was ja auch noch ist, könnte man ja in gewisser Weise auch schon als Alternative zur ImageRand ansehen. Die ImageRand ist ja im Grunde genommen eher so eine Frage der Herangehensweise. Der ImagePlayground ist dann nochmal einen Schritt zurück. Man wirft der Apple LLM halt Begriffe zu und dann hat man so ein, dann wird so ein Bild erzeugt und dann fliegen die kleinen Promptbegriffe umherum und man kann sie dann rearrangieren oder kann sie löschen, kann neu hinzufügen. Und am Ende steht dann halt ein, ja, zwischen Illustration, Cartoon und ich weiß gar nicht, dann irgendwie drei Varianten gibt es stehendes Ergebnis, was ich dann weiterverwenden kann. Da sehen wir an beiden Beispielen, also beiden bildgenerierenden Funktionen, sieht man natürlich faszinierend, wie Apple angefangen hat, diesen Prompt weg zu, zu verschwinden zu lassen, dass du halt nicht vor diesem Eingabefeld stehst und nicht weißt, was du eingeben sollst, sondern einfach, das eine nimmt sozusagen eine Skizze und den Kontext aus der Präsentation oder aus der Notiz oder aus dem Dokument und das andere, der Image Playground, der arbeitet mit diesen, wie gerade von dir beschriebenen Elementen, dass es dir so ein bisschen spielerisch solche Sachen einwirft und du kannst halt Begriffe hinzufügen und dann irgendwie sind die alle so in so Bläschen und ich weiß nicht genau, wie du die irgendwie dann im Detail steuerst und am Schluss fällt halt ein comicartiges Bildchen raus, was halt letztlich ja auch in drei comicartigen Stilarten halt sich gestalten lässt. Image Playground ist auch ganz interessant, weil das zumindest Apple in mehreren von den Sessions für Entwickler betont, dass das also wirklich rein lokal arbeiten soll, weil das ja sonst auch immer so ein Ding ist, Bildgenerierung läuft halt serverseitig und verbraucht halt besonders viele Ressourcen, das heißt entweder müssen Nutzer irgendwie Geld zahlen, das kennen wir ja auch, diese Hype um diese KI-Apps, die halt das eigene Portrait nehmen und dann so ein Superman-Bild draus machen und die ganzen Geschichten und Leute haben dafür ja irgendwie dann In-App-Käufe halt echtes Geld da reingeschmissen, um halt sich das alles generieren zu lassen und da wollen sie natürlich drumherum kommen, indem sie sagen, nee, das ist eins von den, das ist das Einzige, wo ich bis jetzt gesehen habe, dass Apple mal betont hat, dass eins von diesen Elementen wirklich nur lokal arbeitet, weil gerade bei der Bildgenerierung hat man ja überlegen können, okay, da müssen sie jetzt irgendwie serverseite gehen, kann man sozusagen negativ natürlich auch sehen, das Modell ist so eingeschränkt von dem, was es ausspuckt, das funktioniert auch lokal, dafür brauchst du kein großes Diffusion-Modell oder kein großes bildgenerierendes Modell, sondern das geht einfach auf dem Gerät, kommen sowieso nur irgendwie so ein paar Comic-Bildchen am Schluss raus. Was ich interessant fand und wo eine relativ große Sorge bei mir noch mitschwingt, ist, dass sie natürlich das gleich auch in den Kontext gesetzt haben, du kannst Bilder aus deiner Mediathek benutzen und damit natürlich praktisch es so ein bisschen drauf ausgelegt haben, dass du letztlich echte Personen, Familie, Freunde, da irgendwie so reinwirfst und halt mal schaust, was für ein lustiger Comic-Held kommt denn da jetzt raus. Und auch da die gezeigten Beispiele fand ich relativ gruselig. Also ich weiß nicht, ob da jeder so froh sein wird über diese Comic-Versionen von sich selbst, die ja dann auch andere mitunter anfertigen. Ich mache die ja nicht mal von mir selbst, sondern ich mache jetzt einfach irgendwelche Comic-Figuren von dir und dann schicke ich dir andauernd diese Comic-Figuren von dir selbst, die du vielleicht völlig schrecklich findest. Also ich meine, das kann es ja irgendwie nicht sein. Also da weiß ich noch nicht genau, ob wir da in die in der richtigen Richtung oder Apple in dem Fall in die richtige Richtung geht. Also irgendjemand bei Apple ist unglaublicher Fan von solchen Figuren. Denn wenn wir uns die Memojis mal angucken, die gingen ja auch in diese Richtung mit der Kontaktkarte, die sie uns glaube ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr gegeben haben. Da war ja auch so der Anlauf, die Leute dafür zu begeistern, da ihre Memojis zu platzieren und dass das irgendwie so eine Comic-artige Welt wird. Das scheint in Cupertino wirklich ein großes Thema zu sein und jetzt versucht man es auch mit der KI. Ja, ich muss dir ja sagen, also ich finde dieses Bedienungskonzept großartig, denn gerade bei den Bild-KIs habe ich mich immer gequält mit den Prompts und bin dann nicht zu guten Ergebnissen gekommen. Zunehmend besser, aber eben dann doch nicht so wirklich zufriedenstellend. Mein Wunsch wäre, perspektivisch, gib mir wie bei ChatGPT eine Schnittstelle zu MidJourney an der Stelle oder Dolly und gib mir die einfache Bedienung von Apple und das zusammen. Wow, Killer-Applikation, nehme ich sofort. Aber dieser Versuch, jetzt auf der einen Seite diese kindersichere KI da ins Rennen zu bringen und auf der anderen Seite hast du so ein bestechendes Bedienkonzept. Ja, ich bin auch tatsächlich gespannt, erstens so, wie der Nerv-Faktor ist. Also ich glaube, wir werden uns schnell satt gesehen haben an diesen Comic-artigen Darstellungen. und B, wie tatsächlich die Nutzbarkeit oder wie das genutzt wird dann oder ob das dann schnell an Interesse verliert und die Leute widmen sich dann doch den sehr beeindruckenden, fotorealistischen KIs wieder, die da draußen sind. Also ich glaube, hier hat Apple echt das Problem, dass sie so eine unglaubliche Sorge haben vor dieser Unkontrollierbarkeit generativer KI. dass eben Fake-Bilder da mitgemacht werden, dass Leute dann, ja, dass ihnen Schlechtes dann eben getan wird mithilfe von Bildern, dass die Schlagzeile lautet Apple KI ermöglicht XY. Das ist, glaube ich, so die Sorge, die so aus diesen Funktionen herausspricht. Es ist nicht das Unvermögen Apples mehr zu machen. Es sind in meinen Augen sehr bewusste Entscheidungen, Dinge nicht zu wollen. Und die Frage ist, ob es nicht ein Stück weit zu viel ist, was sie nicht wollen. Ja, es wirkt, es wirkt zu kontrolliert und abgeschottet. Ich meine, wir werden sehen, ob wir nicht trotzdem peinliche Sachen da rausfallen am Schluss. Also unangenehme Sachen jetzt. Nicht einfach nur irgendwie, dass jemand unzufrieden mit seiner Comic-Figur ist, die von seinem Gesicht erstellt wurde, sondern halt hässliches Zeug im Sinne von wirklich unschöne Sachen. Je nachdem, was man da an Begriffen halt reinwirft, werden wir sehen, was da rauskommt. Also die Palette, für desaströse Fehler ist relativ groß, was Bild-Ki-generative Bilder angeht. Also das muss man einfach so sehen. Also mit den richtigen oder falschen Begriffen ist da ja der Spielraum für komisches Zeug relativ groß. Und vielleicht hat Apple sich wirklich sehr, sehr, sehr stark bemüht, das natürlich einzuschränken. Aber okay, das wird auch dafür natürlich auch sehr intensiv abgeklopft werden und damit wird man sehen, wo wir dann landen. Und auch hier wieder die Frage, wie schnell jetzt, ich meine, jetzt haben wir diese drei Stilrichtungen zum Start. Sehen wir da, ich meine, da müsste eigentlich dann einen Monat später müsste eine vierte Stilrichtung und eine fünfte kommen und einen Monat später müsste die sechste Stilrichtung kommen. Also das müsste sich ja weiterentwickeln. Aber werden wir das sehen im Zyklus von iOS 18 oder sehen wir dann eine neue Stilart mit iOS 19 in Apple Intelligence? Das ist dieselbe Frage wie vorhin. Und ja, oder ist auch das, gerade Image Playground, ist das so eine Funktion, die ist halt jetzt gebaut und die kommt dann vielleicht irgendwie, wahrscheinlich vielleicht sogar schon mit iOS 18.0 und die ist dann einfach da und da passiert dann halt auch einfach nichts mehr mit. Zumindest solange kein Desaster damit irgendwie passiert und Apple irgendwie alles abdrehen muss oder weiß man ja nicht, was dann da irgendwie an Bildern doch am Schluss rausfällt. Bislang bleibt Apple ja, was diese Frage angeht, recht nebulös. Also es gab ja dieses Zitat vom KI-Chef, der ja gesagt hat, wir folgen da jetzt nicht nur einem Trend, sondern wir nehmen dieses Thema AI, Apple Intelligence wirklich sehr ernst. Wir sehen das als Teil des Systems, aber auch das kann ja alles Mögliche bedeuten. Denn wir haben ja auch im System ja gesehen, die unterschiedlichen Herangehensweisen von Apple, wie sie eben Features dann pflegen und fortschreiben. Ja. Also es ist, glaube ich, offensichtlich gewesen, dass halt irgendjemand bei Apple sehr motiviert und erpicht darauf war, dass es wichtig ist, dass sie zeigen, wir haben diese bildgenerierende KI, haben wir auch irgendwie mit im System. Weil diese Funktionen, könnte man auch sagen, okay, die hätten sie eigentlich, es wäre vielleicht ganz gut gewesen, die einfach draußen zu lassen. Image Playground einfach ja, nicht, nicht als Teil von diesem Apple Intelligence Paket mitnehmen. Wäre da so viel von, wäre da so viel verloren gewesen, hätte das an der Börse ein anderes Signal gegeben, hätten dann alle gesagt, Apple kann keine KI, weil sie keinen albernen Bildgenerator, der drei Comic-Stile irgendwie ausspuckt, mitliefert. Also ich weiß ja nicht, aber ich meine, auf der anderen Seite ist natürlich, also diese Bildgenerierung und da kommen wir eigentlich auch schon zu dem, zu einem weiteren Element, was sie ja auch vorgestellt haben, diese Bildgenerierung kann ja durchaus auch nette Elemente haben und das, was sie unter diesem Stichwort Genmoji vorgeführt haben, ist sowas eigentlich, weil das ist ein sehr klares Konzept, es ist auch ein relativ begrenztes Konzept, ich glaube, das Potenzial für ganz furchtbare Desaster ist da vielleicht auch kleiner, weil du halt einfach, ja diese, dir einfach deine Emojis halt mit, ja Text, Text generierte Emojis dir erstellst nach deinen eigenen Vorstellungen oder zumindest nach dem, was dann diese KI umsetzt von deinen Vorstellungen und das ist natürlich ein schönes, da muss ich sagen, fand ich das Konzept sehr nett, ich weiß nicht, ob da alles super sein wird, was da rausfällt, aber mir hat das, das Konzept hat mir gut gefallen. Naja, da passt halt alles, da passt einerseits dieser comicartige Stil, den sie bei Bildgenerativer KI ja nur pflegen möchten und auf der anderen Seite fand ich, konnten sie dort auch am plausibelsten darlegen, dass da eben auch ein Nutzerbedürfnis da ist, anhand dieser tausenden Mails, die sie da ständig bekommen, das gesagt wird, hey, ich hätte noch gern dieses Emoji und das Emoji und wo Apple ja am Tropf des Unicode-Konsortiums hängt, was ja eben, ich weiß nicht, jährlich, halbjährlich irgendwie so in diesem Intervall dann die Erweiterung des Zeichensatzes dann macht und dann gibt es immer mal wieder ein paar neue Emojis und meistens sitzt man vor diesen Meldungen mit den Bildern und schüttelt mit dem Kopf und denkt, was ist das denn wieder für ein Quatsch, der da Einzug gehalten hat und irgendwas anderes wie eine Bratpfanne fehlt dann ausgerechnet, wenn man die dann sucht. Also dieses Problem ist künftig lösbar und ich gebe dir recht, also der Eindruck, der sich auch bei mir ein wenig eingestellt hat, ist, dass Apple einfach mal alles aus dem Research und Development, was an generativen Modellen rausgekommen ist und irgendwie zur Philosophie passt, rausgenommen hat und jetzt rauspustet, um zu zeigen, Apple Intelligence ist ein riesiges Feld und wir haben so viel im Angebot und wir könnten uns gar nicht entscheiden, was das Erste sein sollte. Was ein wenig ja Apples Ansatz widerspricht, dass sie ja eher sehr fokussiert sind und eher ja auch mal Nein sagen, auch bei Dingen, die man ihnen halt einfach zutrauen würde, wo man sagt, das könnte Apple doch spielen, warum machen sie es nicht? Weil sie dann sagen, nein, wir wollen jetzt im Moment eigentlich den Fokus darauf setzen. Dann wissen wir natürlich nicht, aus wie vielen Optionen sie jetzt diese Features der Apple Intelligence ausgewählt haben, vielleicht haben sie ja schon brutal zusammengestrichen, vielleicht wollten sie aber auch einfach das Signal senden auf dieser WWDC, dass sie einfach jetzt auch mal unglaublich viel machen, nachdem viele da sehr lange drauf gewartet haben. Es macht sich halt natürlich auch für die Marketing-Materialien macht es sich natürlich besser, wenn du irgendwie Bilder hast. Also ich meine, Text-KI ist natürlich ein sehr dröges Element. Dann hast du natürlich eine Bedienoberfläche, so verbessere meine E-Mail und so. Das ist natürlich sehr langweilig, das auch im Bild darzustellen und mit diesen verschiedenen Bild-KI-Funktionen hast du natürlich was Schickes. Also hast du den surfenden Emoji-Dinosaurier und irgendein DJ-Eichhörnchen? Ich finde das ein Sachen. Leute sind einfach sofort begeistert. Ja, wenn DJ-Eichhörnchen kommen, ist einfach sofort alles gut. Und damit, und ich vermute auch, ich meine, ich bin gespannt natürlich, wie lange sich sowas hält. Das weißt du ja nicht, aber bei den Genmojis siehst du auch, dass Apple da, wie soll man sagen, sich die Mühe gemacht hat, da auch technisch was drum herum zu bauen, wie also diese Bildchen letztlich mit Text interagieren, weil es sind ja eben keine Textzeichen, also keine Schriftzeichen, so wie eben Emojis wirklich echte Schriftzeichen sind, wird man natürlich auch noch sehen müssen, wie wird das dann von den anderen großen Messaging-Anbietern unterstützt. Also was passiert hat mit meinem Genmoji, wenn ich es halt an jemanden mit Android schicke, an jemanden mit Windows schicke, mit welcher App und so weiter. Da werden sich ja noch verschiedene Sachen zu klären sein oder im Zweifelsfall landen die halt dann einfach als Bildchen bei der Gegenseite. Also da gibt es ja verschiedene Konzepte. In iOS und in den Apples Betriebssystemen wird das ja alles sehr penibel irgendwie unterstützt und da haben sie sich schon was, also da hat sich schon jemand Gedanken gemacht, sieht man. Das ist schon eine sehr ausgefeilte Funktion dafür, dass es sozusagen so eine albene Funktion ist an der Oberfläche. Thema Fotos App, dort soll es so sein, dass man sich maßgeschneiderte Alben da erstellen lassen kann. Also jetzt nicht nur so unter dem Oberbegriff irgendwelche Personen, sondern man kann die dann auch in bestimmte Konstellationen zu eben anderen Themen bringen. Machen wir mal ein Album von unserem letzten Familienurlaub und die und die Personen sollen da drin sein und da kann die KI dann eben auch dann zusammensetzen, welche Bilder geeignet sind und macht dann so in Apple bewährterweise. Da muss man ja loben mal sagen, das ist ja so eines der häufig verkanntesten Beispiele für Machine Learning, wie Apple ja in der Fotos App diese Auswahl geeigneter Motive dort macht. Das ist ja wirklich faszinierend, wenn du dieses Fotowidget zum Beispiel lädst. Da bekommst du nicht irgendwelche Quarkaufnahmen zu sehen, sondern in der Regel schon auch Sachen, die so ein Hingucker sind aus dem eigenen Archiv. Die Trefferquote ist unglaublich gut. Jetzt schon muss man ja sagen. Also wer die, wer diese, auf Deutsch heißt es glaube ich Erinnerungen, meine ich, werden sie in der Fotos App genannt. Also wer die Funktion irgendwie immer links liegen hat lassen oder sich noch nie genau angeschaut hat, also da kann ich auch nur wirklich von Herzen empfehlen, das mal zu benutzen. Also ich merke auch, also bei mir werden da sehr tolle Sachen durchgespielt, einfach reingespielt, automatisiert. Ja, und aus dieser Flut an Fotos, die ja jeder von uns oder viele von uns im Laufe der Jahre natürlich jetzt angehäuft haben und die ja immer, immer mehr und immer unkontrollierbarer werden unterm Strich, da ist es halt toll, diese einzelnen Fotos oder diese ganzen zusammengestellten Erinnerungen rausgepickt zu bekommen und diese Idee jetzt mit Apple Intelligence dann in Zukunft praktisch das halt selbst noch ein bisschen genauer beeinflussen zu können, und dir solche, diese Erinnerungen nach einem bestimmten Schema oder einer bestimmten Idee oder auch, dass du halt selbst an eine Situation denkst und die praktisch sie rediktierst und dann halt wirklich die dazugehörigen Fotos von diesem Ereignis oder von dieser Situation dir raussucht, das ist natürlich schon eine sehr, sehr faszinierende Sache, wo wir dann natürlich da sind, wie mehr Fotos natürlich, was so wie persönliche Fotos sowieso natürlich ein sehr mächtiges Medium sind und da drum herum solche Funktionen zu bauen, natürlich auch entsprechend, entsprechendes Gewicht haben. Wir können diese Folge bei Apple Intelligence nicht bestreiten, ohne auch Siri zu streifen zumindest. Sie ist ja sozusagen das Zugpferd, oder wurde das Zugpferd ja gesehen bei dieser Vorstellung auch als einer ganz elementarer Bestandteil der Veränderungen, die wir jetzt mit iOS 18 und den anderen Betriebssystemen sehen werden. Eine Tastatureingabe bekommt sie auch spendiert. Ja, wie siehst du das Thema Siri jetzt so bei genauerer Betrachtung? Wie potenzialreich ist das tatsächlich, was wir da bekommen werden? Also wenn man sich die anderen Modelle so anschaut und vor allem zum Beispiel den Audio, schon den jetzt schon bestehenden Audio-Modus von JetGPT, der ja dann auch auch nochmal besser werden soll, wir haben, oder wahrscheinlich viele haben ja diese Demos gesehen, die OpenAI gegeben hat, wo ja viel Beeindruckendes dabei war und die natürlich alle unterstrichen haben, wie sehr Siri in einer anderen Zeit feststecken geblieben ist und wie viel Arbeit und da eigentlich reingesteckt werden muss und in Apples Demo zu Siri, die ja alle sehr zukunftslastig von der Wortwahl waren, weil halt diese Funktionen teilweise ja ernsthaft weit wahrscheinlich in der Zukunft liegen und zwar halt 2025 Zukunft, aber ein Anfang musste natürlich glaube ich mal gemacht werden, Siri da auf eine modernere Basis zu stellen, ich hoffe, dass Apple das gelingt oder gelungen ist und dann in der Umsetzung halt tatsächlich auch der Fall ist, weil mit Siri natürlich flexibler sprechen zu können, da wäre sicher schon viel gewonnen und auch diese Basissachen, dass du halt eine Eingabe praktisch während des Redens korrigierst und was anderes sagst, was glaube ich jeder kennt aus seinem eigenen Alltag und die Anfrage damit halt nochmal eine ganz neue Komponente gewinnt, also ich, wenn das funktioniert, wenn das funktioniert und das ist halt die große, die große Sache besonders im Kontext von Siri, weil wir haben natürlich im Laufe der Jahre immer wieder Versprechungen ja gesehen von Apple, die sehr konkret waren, wie Siri besser werden soll und was Siri besser kann und das sind neue Aktionen und Siri versteht ein bisschen Kontext und du kannst zwei Befehle koppeln und so weiter und am Schluss manches ja, manches nein, jetzt meldet sich natürlich Siri sofort bei mir um hier einzuschreiten, weil ich so oft das Wort gesagt habe und wahrscheinlich unter der Hörerschaft wird sich auch das ein oder andere Gerät früher oder später losgehen, insofern versuche ich der besten Erfindung, dass man das Hey-Wort weggelassen hat. Das Wort, das Wort Siri selbst jetzt zu vermeiden, aber ich glaube, das muss, da muss Apple jetzt wirklich unter Beweis stellen, dass sie tatsächlich es geschafft haben, das in den Griff zu bekommen, weil dafür hatten wir zu oft schon die tollen Versprechungen und Ankündigungen zu Verbesserungen und die, ob die KIs halt allein löst, ist glaube ich noch unbeantwortet. Man sieht es halt bei ChatGPT, wie gut es funktionieren kann, aber wir wissen auch noch nicht genau, wo es da überall auf die Nase fällt. Also das ist, und da ist natürlich auch viel Potenzial für Fehlinformationen und Desaster, das heißt bei Apple ist das natürlich auch abgeschotteter und eingegrenzter, aber wenn wir halt zu diesem Punkt kommen und das ist ja vielleicht mit die größte Versprechung letztlich, dass du über Siri eben auch Apps steuerst und halt praktisch nach Dingen suchen kannst, die halt irgendwann dir irgendjemand geschickt hat und das Assistenzsystem diese Zusammenhänge versteht, dass es halt weiß, wenn man nach irgendwie einem Termin fragt, dass es da halt verschiedene E-Mails zugeben könnte und verschiedene Routenplanungen zu dem Treffpunkt und dass du aber lieber mit dem Fahrrad fährst als mit dem Auto und all diese verschiedenen persönlichen Elemente, die vielleicht dann eines Tages dort mal einfließen könnten und wirklich konjunktiv hoch 10 an dieser Stelle, dieses Versprechen ist natürlich ein sehr tolles und ich bin sehr, sehr neugierig, was davon wir halt sehen werden und wie schnell das halt auch geht plus die ganze Komponente, dass um halt wirklich in den vielen verschiedenen Apps und Diensten, die wir alle benutzen, bis die halt auch alle damit zusammenspielen, müssen ja auch die Entwickler jeweils ihre App halt anpassen und ihren Inhalt und ihre App-Funktionen für Siri und für Apple Intelligence praktisch zugänglich machen und bis das passiert ist, wird sowieso noch mehr Zeit ins Land gehen, weil das sehen wir ja jetzt schon, wie langsam diese Sachen, wie wenige Apps sich dafür anpassen, um zum Beispiel über die Spotlight-Suche verfügbar zu sein, verschiedene Funktionen und technisch ist das ja alles mehr oder weniger ein Element, das hat ja Apple eigentlich clever zusammengefasst, dass diese App-Intense, die sozusagen drunter laufen mit dem Entwickler diese Funktionen ihrer App ans Betriebssystem weitergeben können oder bekannt machen können, die existieren ja alle, auch dieser Spotlight-Index, dieser semantische Index, von dem sind ja schon Basissachen vorhanden, die halt jetzt im Kontext von diesen KI-Modellen natürlich dann nochmal vielleicht eines Tages viel mächtiger werden, aber so richtig wissen wir es halt nicht, ob das tatsächlich der Fall sein wird. Ja, also es ist ja zumindest schon mal ein Fund, mit dem Apple wuchern kann, diese Tatsache, dass sie auf Schnittstellen aufsetzen, die es ja schon länger gibt und die ja auch schon einige Apps unterstützen, also jetzt Spotlight-Suche oder die App-Intense oder auch generell die Möglichkeit, über Siri-Sachen zu steuern, was halt bislang daran gescheitert ist, dass die Syntax, die man dann beherrschen muss, als Nutzer so der Händschuh ist, die Hürde, die man nehmen muss. Man kann nur hoffen, dass die Entwickler diese Schnittstellen auch gepflegt haben und oder nicht wieder rausgenommen haben, weil sie festgestellt haben, bringt nichts, macht nur Aufwand. Es sind ja nun viele Jahre ins Land gegangen, jetzt in denen da eben immer die Hoffnung war, dass die Sprachassistenz besser wird und wo diese Hoffnungen dann enttäuscht wurden. Ja, ich glaube, du hast ja die wesentlichen Eckpfeiler skizziert. Apples Angst vor Unkontrollierbarkeit, die Abhängigkeit von Dritt-Apps in dem Kontext, was auch noch nicht zu beurteilen ist, ist die Frage, diese Erkennung der Bildschirmaktivitäten, die Apple in Aussicht gestellt hat, dass die auch eben da reingenommen werden. Siri kann quasi den Bildschirm lesen und dann Kontext entsprechend antworten oder da Aktionen auslösen. Das klingt ja alles ganz fantastisch, aber wir sehen an dem Zeitplan ja auch, dass sich diese Gerüchte, die wir im Vorfeld gehört haben, dass das Siri ein Dickschiff ist, was ganz schwer auf einen neuen Kurs zu steuern ist, ja augenscheinlich einen gewissen Kernwahrheit in sich tragen und der KI-Chef Jan-Andrea ist ja nun auch eigentlich schon vor längerer Zeit angetreten, in diesem Bereich für eine Veränderung zu sorgen und nicht erst eigentlich seit der KI-Hype vor zwei Jahren sich Bahn gebrochen hat und trotzdem hat er so lange gebraucht und trotzdem ist das Produkt eigentlich immer noch mindestens ein Jahr entfernt davon, dass es bei uns auf den Geräten ankommt. Also ich bin auch gespannt, von Siri wird viel abhängen. Sie mussten sie jetzt erstmal gut in Szene setzen, das war halt ganz wichtig, weil das wird am ehesten auch mit Intelligenz auf den Smartphones oder den Geräten Apples dann assoziiert, aber vermutlich wird es so mit das Letzte sein, was wir tatsächlich, wo wir tatsächlich diese Veränderung spüren werden, während an vielen anderen Stellen sich dann schon so, dass das aufblühen wird, dass man eben KI-Unterstützung hat. Ich bin sehr gespannt, wann Apple die neue Bedienoberfläche für Siri praktisch live schaltet, weil was kann das System in dem Moment, in dem die neue Bedienoberfläche da ist, die ja nun doch merklich anders aussieht als bisher. Und insofern mit dieser neuen Bedienoberfläche assoziiert man ja eben auch neue Funktionen oder neue Fähigkeiten und wenn das halt nicht zugleich mitgeliefert wird und wir wissen, dass nur ein Bruchteil von dem, was angekündigt ist für das Assistenzsystem halt so an Tag eins da sein wird. Wahrscheinlich ein sehr kleiner Bruchteil sogar nur. Aber sehen wir trotzdem mit iOS 18.0 diese neue Bedienoberfläche, die halt schön leuchtet und wabert und nochmal anders aussieht. Ich weiß es nicht und da bin ich, das sind ja alles Signale und auch da ist wieder ein Versprechen für Nutzer, was dann im schlimmsten Fall gebrochen wird, wenn halt die Leistung halt nicht abgerufen werden kann oder es halt genauso, es halt nicht wirklich schlauer ist, als es jetzt im Moment der Fall ist und da ist dann, kann man natürlich auch viel zerstören, weil ich glaube, das ist ja immer eines der Basisprobleme. Man probiert es halt einmal aus, vielleicht fünfmal, vielleicht zehnmal und wenn man dann halt zehnmal von zehnmal in neunmal eine falsche Antwort oder falsche Aktion bekommen hat, dann lässt man es halt irgendwann auch einfach wieder und ich glaube, das ist das Basisproblem von diesem ganzen System der letzten zehn, über zehn Jahre, die es das jetzt gibt, gewesen. Aber vielleicht ist ja in dem Kontext auch gerade Chat-GPT die Rückfalloption von Apple, weil diese Integration, dieses Siri weiß nicht weiter und statt eine Websuche zu empfehlen, wird es künftig so sein, dass dann empfohlen wird, Chat-GPT zu konsultieren und dann kann man dem zustimmen oder kann es sein lassen. Also ich habe den Eindruck, dass diese Kooperation vielleicht auch mit Blick auf die Auslieferung der Features eine viel gewichtigere Rolle spielt, als uns das in der Keynote klar geworden ist. In der Keynote war es ja eher überraschend im Sinne von, wie wenig spielt das eine Rolle, wie spät kam das in der Keynote vor, wie wenig Raum hat das eingenommen, wie viel macht Apple tatsächlich ab Minute Null selbst. Aber ich konnte mir vorstellen, dass auf dem Weg dorthin, dass so ein Vehikel ist, was eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, um dieser Apple Intelligence tatsächlich ein Innenleben zu geben, einen Fortschritt, einen Fortschritt dann eben zu vermitteln, wenn Apple selber noch gar nicht überall so breit ist. Ja, und an der Stelle sei auch nochmal betont und erwähnt, weil das ja komischerweise immer noch für Verwirrung zu sorgen scheint oder es mir immer mal wieder begegnet, wenn man so in Foren und Kommentaren liest. Apple Intelligence, also ChatGPT, diese ChatGPT-Anbindung ist ein Teil von Apple Intelligence, wenn du sozusagen das als Feature-Paket siehst, aber hat mit Apples KI-Modellen, die halt auf dem iPhone laufen und die in dieser Private-Cloud-Compute-Lösung laufen, die Apple aufgesetzt hat, damit hat ChatGPT praktisch nichts zu tun und damit hat auch, also die Open-AIs-Technik hat damit nichts zu tun, sondern das ist, es ist sozusagen ins Betriebssystem integriert, aber das Modell ist nicht ins Betriebssystem integriert, sondern du hast halt letztlich eine Funktion, um externen ChatGPT auf Open-AI-Servern oder wahrscheinlich Microsoft-Servern unter dem Strich anzusteuern oder eben oder besser gesagt vielleicht deine Anfrage dahin weiterzuleiten, wenn du sagst, ja, ich möchte es wirklich Richtung ChatGPT rausgeben und dann kannst du ja auch, kannst du ja auch, das haben sie ja das Interessante, das war glaube ich auch ein Teil, der ja tatsächlich auch zum Beispiel in diese Writing-Tools, über die wir ganz am Anfang gesprochen haben, integriert sind, dass du dir ja auch eben dann einen Text frei erstellen kannst, das macht eben nicht Apples KI, sondern das übernimmt dann ChatGPT. Das Beispiel, was Apple gewählt hat, ist ja so ein Klassiker, erstellen wir ein kleines Gute-Nacht-Märchen oder sowas, was ja auch ChatGPT, das schüttelt ChatGPT einfach so aus dem Ärmel, also das ist, das ist okay eigentlich für ChatGPT, das geht, da kommt auch meistens, da fällt auch kein komisches Zeug raus, das funktioniert und wenn wir natürlich an der Stelle sind, dass Siri halt genauso häufig auf ChatGPT verweisen muss, wie es halt jetzt auf dieses, hey, ich weiß nicht mehr weiter, willst du eine Websuche durchführen, ist denn dann, ist, ich weiß nicht, ob dann so viel am Schluss gewonnen ist, also dann, ja, also wie sind, wie sind Nutzer dann frustriert oder freuen die sich darüber und sagen, ach ja gut, dann kann ich das ja mit ChatGPT machen, da kriege ich ja jetzt irgendwie eine gute Antwort, also ich weiß noch nicht so recht, ob das dann eher positiv oder negativ gesehen wird, weil die Websuche jetzt ist ja sehr frustrierend, das glaube ich, kann man festhalten, also da freut sich glaube ich niemand drüber. Keiner sucht gerne im Web, das ist eigentlich immer so eine Resignationserklärung nach dem Motto, besser wäre, das würde gesagt, tut mir leid, keine Ahnung, kann dir nicht helfen, will dir nicht helfen, whatever. Nein, ich denke, es ist ja auch ein Unterschied, ich meine, da geht es um Wissensfragen und die neue Siri brilliert ja vor allem auch mit der Frage, ich kann Dinge wirklich steuern auf meinem Gerät. Also ein vollwertiger Ersatz wird ChatGPT ja keineswegs sein, dann eben für die Sprachassistenz von Apple, aber zumindest ja diese Wissensfragen in einem ganz anderen Maße und vielleicht zufriedenstellender beantworten können, als wir das bislang erlebt haben. Es darf auch nicht zu lange sein, es darf auch nicht jetzt, ich glaube, das darf jetzt nicht mehr so zehn Jahre Übergangszustand sein, bis Apple da mal so weit ist, sondern eben das kann jetzt nur für ein Jahr vielleicht mal so sein, dass das eine dominante Rolle spielt und das dann aber eben dann Apple selber da übernehmen muss. Das ist halt die, das ist ja eigentlich die große Frage, die dahinter steht, ist natürlich diese Idee des Chatbots, der halt offensichtlich die Fantasie der Menschen halt tatsächlich in Besitz genommen hat, seit halt ChatGPT letztlich so auf den, also ich meine ChatGPT, es ist ein furchtbar dröger Name und es ist irgendwie eine furchtbar schwierige, sperrige App eigentlich, in die du halt Text eingeben musst und dann fällt irgendwas raus und das ist eigentlich so unzugänglich und trotzdem hat sich das wie ein Lauffeuer verbreitet, weil die Faszination darüber, diese Form von Konversationen mit einem Computer führen zu können, also ich meine, es gab ja schon immer Faszination natürlich daran, wie man mit Computern kommunizieren kann, aber ChatGPT hat das, glaube ich, auf ein solches Level gehoben, dass da wirklich Leute einfach so baff waren und so begeistert und fasziniert davon waren, dass sich da halt 2002, Ende 2022 natürlich alle draufgestürzt haben und diese ganze Branche da halt in diese Sogwelle geraten sind seitdem. Wir sind ja an den Ausläufern dieser Sogwelle. Die Frage ist halt jetzt, ist halt 2025, 2026, ist halt der Chatbot weiterhin das Ding? Ist das der richtige, das richtige Ansatz für diese KI-Modelle oder sehen wir sowieso, dass die langsam so ein bisschen in den Betriebssystemen einfach verschwinden und so spezifische Funktionen halt übernehmen an dieser Stelle, an dieser Stelle und so klassische Funktionen, Apps und halt verschiedene Sachen machen? Ich glaube, die Apple-Antwort darauf fällt zweigeteilt aus. Einerseits, ja, spezialisierte KIs sind ja jetzt genau das, was sie in Apple-Intelligence bringen. Sie haben jetzt keine Energie darauf verschwendet, einen eigenen Chatbot zu machen, der ist so ein Generalisten, sage ich mal. Den überlassen sie dann lieber anderen. Gleichzeitig sehen sie aber ein, dass ein Chatbot augenscheinlich ja, ja, irgendwie so, dass die Gallionsfigur dieser Bewegung ist. Dass die Menschen bemessen Intelligenz daran, dass ich mit dem Computer quatschen kann. Egal, ob das jetzt wirklich fruchtbare Ergebnisse hat oder nicht. Aber das ist vielleicht so ein menschlicher, sozialer Faktor, dass ich irgendwie die Maschine herausfordern kann und irgendwie mit in den Dialog treten kann. Und das muss gar nicht jetzt irgendwie dann das Nonplusultra sein. Und ja, deshalb ist die Wette vielleicht ganz klug, da zu sagen, so als Apple, wir finden das Rad nicht neu, aber wir machen und wir setzen unsere eigenen Schwerpunkte und haben aber trotzdem das, was die Leute wollen, dann einfach jetzt in petto. Ja, und offensichtlich mit dem Ziel, auch diese Flexibilität dann zu geben und in Zukunft dann auch die Auswahl zu lassen, ob du wirklich ChatGPT als KI-Modell, als externes KI-Modell wählst oder ob du als Gemini oder Gemini, Gemini oder wie auch immer man es aussprechen mag, halt als KI-Modell wählst oder von mir aus dann, wenn sie, gibt ja offensichtlich auch Gespräche, Gespräche mit Antropic, das wäre dann Claude, dass wir das auch irgendwie noch hinten dran gebaut bekommen. Und lustig heute auch die Meldung, das irgendwie Meta-AI, da haben sie dann gesagt so, hm, ja, das geht dann doch zu weit, das wollen wir dann lieber, das wollen wir dann lieber doch nicht. Facebook, also Facebook, Meta und Apple ist, glaube ich, da ist so viel verbrannte Erde inzwischen, da lässt sich irgendwie nicht mehr viel drum herum stochern. Aber ja, da werden wir ja auch gleich mit Eva noch drüber sprechen, wie da der Rest sich dieser KI-Welt bewegt und was, wie das da so aussieht mit diesen verschiedenen Plattformen und Herangehensweisen und wie die eigentlich auf Apple, Apple und die Apple Intelligence schauen. Und ein Punkt, der mir noch wichtig wäre und der, glaube ich, auch Apples, LLMs dann halt im Gebrauch unterscheiden wird von den Mitbewerbern, die über die Cloud dann angeboten werden, ist ja diese Geschichte, was passiert eigentlich, wenn ich im Flugmodus bin? Oder ich fahre mit der Deutschen Bahn und habe mal wieder eine exzellente WLAN-Verbindung. Also wenn KI-Funktionen als Teil unseres Alltags angepriesen werden, dann muss ja eigentlich auch gewährleistet sein, dass ich die KI ständig bei mir habe und nicht in schlechten Verbindungssituationen eben dann wieder ins analoge oder ins Prä-KI-Zeitalter zurückfalle. Und da finde ich ganz interessant, dass da diese Apple LLMs soweit möglich dann eben wirklich on-device auch funktionieren sollen, wenn eben die Verbindung abgeschnitten ist. Und nur wenn dann dieses Private Cloud Compute gefragt ist, dann kommt das halt an Grenzen und dann sagt es, hier geht es nicht weiter, dann brauchst du eine Internetverbindung. Die Frage ist natürlich, wann ist das der Fall? Ich meine, da bleibt Apple ja momentan noch maximal intransparent, wo da eigentlich die Linie gezogen wird zwischen Cloud und Nicht-Cloud. Das ist natürlich wirklich ein wichtiger Punkt, weil du stehst ja dann wirklich, also du hast ja dann gar keinen Handlungsspielraum mehr, weil da, solange diese KI-Modelle in der Cloud laufen, du ja auch kein lokales, du hast ja nicht mal irgendwie ein sinnvolles Caching oder sowas, sondern es läuft halt alles, es muss alles, der Kontakt muss da sein zu einem Server, du brauchst ein Mobilfunknetz oder ein WLAN und das war jetzt auch, als ich mit den KI-Apps, die alle durchgespielt habe, es ist bei all den anderen Apps, es ist so, ohne eine, ohne eine Mobilfunk oder ohne WLAN, ohne Netzverbindung geht halt, funktioniert einfach gar nichts. also im Idealfall siehst du noch die Basis-Bedienoberfläche des Chatbots und das war es dann auch schon und vielleicht noch ein paar Überschriften von deinem Verlauf, aus deinem Verlauf, aber du kannst nichts mehr aufrufen, du kannst keine Aktion, keine Eingabe mehr tätigen. Da ist für sich ja schon viel gewonnen, wenn sie so ein paar Basisfunktionen auf dem iPhone ausgeführt werden, zum Beispiel halt irgendwie schnell mal irgendwie eine E-Mail umzuschreiben oder zu beantworten, das wäre schon, wäre schon nicht verkehrt, aber da werden wir auch unsere eigenen Tests und Erfahrungen abwarten müssen, wann halt diese Modelle sich dann eben auch nach außen verbinden wollen in Apples Cloud. Ja, was ja auch für mich zumindest zum Thema Transparenz auch dazugehören würde, also dass, dass man irgendwie einen Überblick darüber hat, in welchem Maße da Aktivitäten sind, denn die Transparenz bei den Mitbewerbern ist da gegeben, weil ich weiß, es passiert immer. Das, ja, wäre auf jeden Fall eine große, ein großer Wunsch dann in die Zukunft gerichtet, aber mal schauen, was die Betas da bringen werden. Sprechen wir über Systemvoraussetzungen. Es ist ja eben so, dass ja die, die Apple Intelligence ja längst nicht auf allen und schon gar nicht, nicht mal in letzter, in jüngerer Vergangenheit zurückliegenden Geräten unbedingt laufen wird. Wir sehen das auf den Macs und iPads mit M-Prozessor, da ist es recht noch recht weit verbreitet. Beim iPhone, ja, es ist ja nur das iPhone 15 Pro und das Pro Max, was im ersten Wurf dabei sein wird. Woran liegt das? Scheint ja eine Mischung zu sein, also eine Mischung von dem, was die Neural Engine kann und leistet, einfach an Rechenleistung mitbringt und auf der anderen Seite, was halt an Arbeitsspeicher in den Geräten vorhanden sind, diese Kombination scheint somit das bestimmende Element aus beiden zu sein und deshalb hat Apple, also ich meine, auch daran sieht man, dass sie vielleicht relativ kurzfristig diese ganzen Sachen jetzt gebaut haben und entwickelt haben und dann nicht mehr in der Lage waren, praktisch das iPhone 15 ohne Pro irgendwie zu berücksichtigen, weil das halt nur mal einen Chip drunter liegt und vom Arbeitsspeicher auch ein bisschen karger, also ich meine, irgendwie 6 GB statt 8 GB Arbeitsspeicher, aber offensichtlich war für Apple halt diese 8 GB Arbeitsspeicher sind halt Minimum angesetzt für diese, für Apple Intelligence und das Interessante ist halt, dass sie dieses, ihr System halt als ein Ganzes sehen und das heißt, sie auch nicht die Option bieten mit einem alten iPhone halt eben auf die Private Cloud Compute, also auf das zuzugreifen, was halt in der Cloud läuft, wo man sagt, das kann ja jedes iPhone, ist ja völlig egal, was die Hardware kann, bis zu einem gewissen Grad, solange das KI-Modell in der Cloud ist und in der Cloud rechnet, könnte es ja auch einfach die Antwort wieder zurückliefern, und es dauert dann vielleicht ein bisschen länger und es ist natürlich alles irgendwie nicht so schön, wie man sich das vorstellt, aber das haben sie ganz offensichtlich ausgeschlossen, da kann man natürlich nur spekulieren, warum sie das ausgeschlossen haben, weil sie haben natürlich auch ein Größenproblem, wenn du halt eine Milliarde iPhones auf deine Server loslässt, die halt alle wie verrückt KI-Eingaben da reinschmeißen, dann kann man vermuten, dass auch Apple mit seiner Infrastruktur irgendwie an die Grenzen kommt. Wer weiß, wie Apple am Anfang noch mit seinen eigenen Cloud-Diensten, wer sich an MobileMe noch erinnern kann und dort Mac noch erinnern kann, weiß, wie furchtbar die Anfangstage mit Cloud für Apple waren, das liegt schon lange zurück, aber auch so diese KI-Geschichte jetzt auch nochmal hochzuziehen und da sind sie auch sehr schweigsam, was sie da für Chips, welche eigenen Chips sie da eigentlich benutzen, was für ein M-Prozessor steckt da in ihren eigenen Servern, wie sehen diese Server aus, haben sie da ein paar Mac Studios zusammen, mit irgendwie Tape zusammengeklebt oder haben sie wirklich da irgendeine Art von heimlichem X-Serve 3 gebaut, den keiner gesehen durfte, um das dann irgendwie in ihren Rechenzentren hochzuziehen, wir wissen es einfach absolut nicht und das ist natürlich sehr faszinierend. Aber damit haben sie diesen Cut-Off halt gemacht, der zumindest iPhone-seitig halt extrem, wie soll man sagen, knapp ist, oder du brauchst halt wirklich ein super aktuelles und teures iPhone, auch sonst ist zumindest das, was jetzt mit Apple Intelligence am Horizont steht, vorerst erst mal draußen. Ich meine, auf lange Sicht löst sich dieses Problem natürlich von selbst, ja, iPhone 16 steht ja jetzt schon vor der Tür und nächstes Jahr haben wir dann iPhone 17 und bis dann sozusagen die ersten Jahre Apple Intelligence durch sind, werden natürlich wir auch schon mehr und mehr iPhone-Generationen gesehen haben, die das dann natürlich auch einfach unterstützen. Du gehst also fest davon aus, das iPhone 16 wird die Intelligence beherrschen. Also das wäre relativ wild, wenn sie das iPhone 16, also das ohne Pro 16, wenn sie das rausfallen lassen, wäre verrückt, muss ich sagen. Also das kann ich mir, kann es mir schwer vorstellen. Ist auch, glaube ich, wird für Apple auch kompliziert, glaube ich, zu erklären, wenn das der Fall sein sollte. Ja, also keine Intelligence als Pro-Feature. Ich meine, die Befürchtung kursierte ja schon, dass das ja eben dann Leute gesagt haben, Apple hat sich da bislang nicht zu erklärt. Im Sinne von, künftig werden das alle Geräteklassen des iPhones, der neuen, neu rauskommenden iPhones unterstützen. Ja, ich denke auch nicht, dass sie das, dass sie so eine Zwei-Klassengesellschaft an der Stelle aufmachen. Dafür pressiert das KI-Thema einfach zu sehr, als dass sie da jetzt dann das als Pro-Feature verkaufen können. Da müssen sie, glaube ich, schon sehen, dass sie jetzt die Leute alle mitnehmen. Ja, die Frage ist ja auch so, App-Entwickler, wir sprachen vorhin darüber, App-Intense, wie ist die Lage da? Wie schätzt du die ein? Apple wird auf jeden Fall nochmal die große Werbetrommel, glaube ich, bei Entwicklern rühren müssen und Entwicklern auch mitteilen müssen, warum sie die Mühe da reinstecken, glaube ich, wollen und sollen, um da ihre Sachen verfügbar zu machen. Also da geht es ja wirklich darum, dass eben wir an den Punkt kommen, dass vor allem Siri dann in der Lage ist, diese verschiedenen Apps und Funktionen in Apps anzusteuern, auf der einen Seite und halt Daten aus den verschiedenen Apps auszulesen, nämlich die E-Mails aus dem E-Mail-Client XYZ und nicht eben aus Apple Mail, wo es dann sowieso der Fall ist. Und da muss viel Grundlagenarbeit geschaffen werden, die halt an den Entwicklern hängen bleibt, an größeren und kleineren. Wir wissen gerade, dass die großen Teams sind ja oft vielleicht gar nicht so interessiert dran, wenn man sich anschaut, zum Beispiel wie Google halt irgendwie iOS-Systemfunktionen unterstützt. Ich meine, die Google Apps sind natürlich alle da, aber bis die mal irgendwas von den Betriebssystemen spezifisch unterstützen, das dauert halt teilweise Jahre, manchmal wartet man heute noch drauf, da ist kein so super Motivation oft da dann in diese Details, also Indie-Entwickler werden da sicher drauf anspringen, weil Indie-Entwickler halt immer vorne mit dabei sind, was solche Funktionen angeht, wo sie auch wissen, dass die Nutzer erwarten das auch und die Zahlen dafür unter Umständen und sind da, die leben ja in dieser Welt drin, aber diese großen Anbieter wie halt Google und Co., die nun einfach eben auch zentrale und wichtige Apps halt für die Plattformen nun mal schreiben und anbieten, da weiß ich nicht, ob wir das in absehbarer Zeit, ob wir da in absehbarer Zeit was sehen, weil die haben relativ wenig Interesse. Ich meine, Google wird seine eigenen KI-Modelle in immer mehr seine eigenen Apps einbieten. Was schert dann Google-Apple-Intelligence unterm Strich? Also die Motivation wird da relativ gering sein, befürchte ich, und deshalb wird das alles, wird das sehr langsam vorangehen, was diese Riesen-Apps angeht. Wir sind jetzt so ein bisschen in dem Abschnitt der Sendung angelangt, wo wir über all die Dinge sprechen, die nicht gehen. Es gibt noch zwei weitere Punkte, die da noch reinspielen. Der eine ist erstmal die Frage, HomePods und die Apple Watch werden ja leider auch erstmal außen vor sein. Die Apple Watch, weil sie ein eigenes Betriebssystem hat, lustigerweise CarPlay wird mehr Apple Intelligence enthalten oder zumindest die neue Siri, als die Apple Watch, was einfach daran liegt, weil CarPlay ja eine Schnittstelle zu iOS ist, also näher dran ist am iPhone und am Betriebssystem. Da kann man ja im Grunde genommen nicht viel zu sagen. Wir kennen nicht die Pläne von Apple, was die HomePods angeht. Diskutiert wird ja die Option, weil es ja schon auch ein ziemlich hartes Hardware-Upgrade erfordern würde, ob Apple nicht insgeheim doch irgendwie auch an so einer Durchreich-Funktion bastelt, dass das iPhone oder ein iPad sozusagen als Relay dienen könnte zur Intelligenz. Wie siehst du das? Ich bin sehr gespannt darauf, wie sie diese Brücke schlagen, weil das einfach so offensichtlich dieser Unterschied sein wird, wenn du Siri halt dann auf einem iPhone benutzt, was halt Apple Intelligence unterstützt und halt auch dann auf deiner Apple Watch benutzt, die ja vielleicht dann auch neueste Generation ist und die plötzlich halt eine ganz andere Art. Ich meine, das haben wir ja bis jetzt ja auch schon so ein bisschen, dass der Funktionsumfang variiert ja von Gerät zu Gerät. Man kann natürlich hoffen, dass Apple trotzdem in der Lage ist, Verbesserungen mitzunehmen, die auch sozusagen diese Systemvoraussetzungen nicht so hoch schrauben, aber trotzdem irgendwie dazu führen, dass halt das Sprachverständnis zum Beispiel sich verbessert. Und dann kann man natürlich auf HomePods wird es ja reichen, dass irgendwie der sehr begrenzte Funktionsumfang halt einfach zu 100 Prozent, aber auch dafür funktioniert zum Beispiel. Damit wäre ja auch schon viel gewonnen. Da muss irgendwie der HomePod, der muss mir dann keine Gute-Nacht-Geschichte generieren können. Aber es reicht ja, wenn der wirklich zuverlässig halt die eine Playlist wiedergibt, die ich halt im Teufel nochmal irgendwie wiedergeben möchte. Und mit der Apple Watch ist es halt natürlich ein bisschen schade, wenn die unter den Tisch fällt oder sehr lang noch darauf warten muss, weil die ist ja natürlich eigentlich das perfekte Gerät dafür, weil die Überlegung, dass du natürlich diese Dialoge und eben einen Chatbot hast, den du einfach über die Uhr jederzeit abrufen kannst und der dir sehr ausführliche Informationen liefert, ist natürlich gerade für die Watch eine sehr reizvolle Vorstellung, muss man sagen. Aber das sieht im Moment noch nicht so aus, als würde das jetzt irgendwie, wäre das einfach technisch auch dann so schnell greifbar. Jetzt haben wir anderthalb Stunden unserer Showküche hier schöne Gerichte gezaubert in unseren Töpfen und jetzt stellen wir diese Töpfe einfach in den Schrank und sagen, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, für euch gibt es das aber nicht, denn ihr lebt in der EU. Ja, das ist in etwa so sinnbildlich gesprochen, das, was ja jetzt die neueste Neuigkeit, neueste Neuigkeit, Neuigkeit ist des vergangenen Wochenendes mit Blick eben darauf. Apple hat ein Statement abgegeben in der Woche nach der WWDC und sagte, die EU-Nutzer werden die Apple Intelligence möglicherweise, so ganz definitiv war es ja auch nicht, dieses Jahr nicht bekommen, bekommen wohlgemerkt ja nur in US-Englisch, weil die weitere Sprachunterstützung ist für dieses Jahr noch nicht in Aussicht gestellt und längst nicht alle Funktionen werden an Bord sein. Aber das sollen Europäer, EU-Nutzer nicht nutzen können, möglicherweise, weil Apple große Angst hat vor regulatorischen Unsicherheiten. Gemeint ist das, Gesetz für digitale Märkte der EU, was ja gerade auch etwas Kummer bereitet in Cupertino, weil die EU-Kommission da ein Verfahren anstrengend an Untersuchungen ist zum Ergebnis gekommen, erhebliche Probleme mit Blick auf die Kompatibilität zum DMA, alternative Marktplätze, wie Apple sich darauf eingestellt hat. Wir haben jetzt auch die Developer Beta 2 bekommen in dieser Woche. Die gibt uns dann auch tatsächlich dann eben den Vorgeschmack darauf, also man erblickt die Features zwar in den Einstellungen, aber man kann sie nicht nutzen. Es gibt dann so einen Dialog, zum Beispiel bei der iPhone-Fernsteuerung über den Mac oder eben auch Shareplay-Fernwartung, dass eben man in einem Land lebt, was dieses Feature nicht unterstützt. Klammer auf, man kann das wohl relativ leicht umgehen, Klammer zu. Also das ist so eben ganz schnell umrissen die Gemengelage. Leo, was machen wir damit? Müssen wir jetzt alle in Panik sein? Für Panik ist vielleicht noch zu früh, aber es ist natürlich wild jetzt zu beobachten, wie da dieses Kräftemessen zwischen Apple und EU-Kommission letztlich abläuft. Und jetzt sind wir ja zum zweiten Mal, werden wir als Nutzer willentlich oder unwillentlich in dieses Spiel natürlich mit hineingezogen. Das war das erste Mal, waren das ja schon bei der kurzzeitigen Abkündigung von Web-Apps auf dem iPhone, die ja dann in letzter Minute wieder gerettet wurden, wenn man so will, und dann doch wieder aufs iPhone durften. Und jetzt ist es halt Apple Intelligence und diese zwei spezifischen neuen Funktionen, gerade dieses iPhone-Mirroring ist ja durchaus eine Funktion, auf die, glaube ich, Leute auch schon warten oder sich freuen, würde ich sagen. Ich denke schon. Screensharing ist was, was sich ja auch, also der, der irgendwie Support leisten muss im familiären Kreis oder so, der wird sich ja auch auf die Möglichkeit, eben ein iPhone fernzusteuern, schon auch freuen. Insofern sind schon wichtige Funktionen, die da jetzt zumindest nach dieser wirklich ja von Apple sehr vorsichtig formulierten Ankündigung vorerst nicht nach Europa kommen könnten, wenn man es wirklich so ganz vorsichtig formuliert, und der Riesenbereich halt Apple Intelligence insgesamt, der, wie du ja schon gesagt hast, sowieso in Europa erst mal zum Start weg nur eingeschränkt natürlich zur Verfügung steht, weil man natürlich sein Gerät auf US-Englisch umstellen muss, was sicher auch, ich meine, Leute sprechen hier auch Englisch, Leute benutzen ihre iPhones auch auf Englisch, kenne ich auch alles, gibt es absolut, aber es ist natürlich, das ist klar, dass früher oder später müssen diese Sachen natürlich dann sowieso auch in den Landessprachen vorliegen, um irgendwie weithin genutzt zu werden und da sind wir natürlich sowieso, wären wir sowieso im Jahr 2025, insofern wissen wir nicht, wie viel das jetzt wirklich von der tatsächlichen Einführung dieser Funktionen ändert, aber es ist natürlich unschön, in dieses, in diesen Streit so aktiv hineingezogen zu werden als Nutzer, finde ich, und man sieht ja jetzt auch schon so ein bisschen, wie sich da unter Nutzern, die Diskussionen sich deutlich erhitzen und man hat so ein bisschen, ja, es spaltet sich so ein bisschen auf in EU gegen USA und so diese zwei, also diese Lagerbildung und das ist ja was, was eigentlich irgendwie nicht so das super Erfreulichste dann unterm Strich immer ist, aber ist was, was jetzt einfach passiert und was da mit einhergeht, ja, man kann da Apple auch Kalkül natürlich unterstellen und sagen, ja, für Apple ist natürlich da auch bequem, vielleicht die Nutzer so ein bisschen aufzuwiegeln, dass die sagen, hey EU, wir wollen doch unsere Funktionen und wir werden jetzt sicher auch sehen, dass die EU wahrscheinlich, von der EU wird sicher auch mal irgendjemand sagen, so ja, wir wissen auch nicht, warum das irgendwie nicht mit dem Digital Markets Act zusammenpassen soll, also da werden wir jetzt sicher komische, komische Sachen sehen, die hin und her gehen und müssen dann einfach abwarten, wann wir vielleicht in den Betas oder halt in der finalen Version ab Herbst dann diese Funktionen eben doch in der EU sehen oder vielleicht eben auch erst später, also dass Apple sie jetzt irgendwie einfach aus Bursartigkeit ganz raushält, glaube ich eigentlich nicht, ich denke schon, dass Apple will und den Anspruch hat, die auch einzuführen und deshalb gehe ich davon aus, was wir sie früher oder später auch in Europa schon auch sehen werden, diese doch wichtigen, großen Funktionen von iOS 18. Also ich glaube, dass Apple mehr Druck hat, diese Funktionen rauszubringen, als sie es erahnen lassen. Sie tun ja so, als wenn es ihnen egal sein könnte und sie jetzt dann, dass diese Unsicherheiten das halt jetzt gebieten, aber wenn ich mir vorstelle, im September kommen neue iPhones raus und einer deren Kernfeatures wird ja die Apple Intelligence ja letzten Endes sein und die ist nicht nutzbar, dann wird sich das spürlich auf dem europäischen Kontinent auf den iPhone-Absatz dann auswirken und wir sehen ja eben auch im Smartphone-Markt, die Zeiten werden ja generell nicht einfacher, Smartphones abzusetzen, die Leute dazu zu bringen, in kürzeren oder in kurzen Abständen ihre Geräte zu erneuern. Also es wäre ein Fiasko für das iPhone in Europa und ich glaube, dass der europäische Markt nicht so unbedeutend ist, mal milde formuliert, dass Apple dieses Wagnis eingehen kann. Im Moment kostet es sie ja nichts, also im Moment ganz im Gegenteil, es lässt die späte Apple Intelligence in einem besseren Licht dastehen, weil zumindest aus Sicht Europas oder der europäischen Nutzer dann eben ja die böse EU-Kommission daran schuld ist und es gelingt ja auch, wie du gesagt hast, die Influencer oder einige Influencer und eben Fans der Marke aufzuwiegeln gegen die EU. Zumindest möchte ich jetzt mal sagen, Apple nimmt das tolerierend hin. Also es juckt sie nicht besonders, dass das so politisiert und das ist ja durchaus etwas, ein Zug, den wir Apples, den wir in diesem Jahr intensiv kennengelernt haben. Also Apple hat immer schon Politik gemacht, sie sind auch aktivistisch auf eine gewisse Art und Weise für Themen, die ihnen wichtig sind, sagen wir mal Pride-Monat und so weiter. Aber das fand ja immer weitgehend entweder jenseits der Produkte statt, sprich in der Lobby in Brüssel oder eben in Verlautbarungen im Netz, bestenfalls in Form, im Gestalt von Uhrenarmbändern, die sie dann rausgebracht haben, aber ja selten in einer Art und Weise, dass sie ihre Produkte, dass ihre Produkte wirklich diese Politik Apples dann, dass die dadurch beeinflusst sind. Selbst in Ländern, sag ich mal, wo es heikel ist mit westlichen Werten, wie China zum Beispiel, hat Apple ja immer versucht, geräuschlos solche politischen Debatten über die Bühne zu bringen. Und ausgerechnet in Europa, wo wir die westlichen Werte haben, dort ist es halt so ein Getöse mit einem auch ja durchaus verwirrenden Hin und Her. Und ja, da sehen wir jetzt sozusagen den Neuaufguss, die nächste Episode dieser ganzen Sache. Also ich würde tatsächlich dazu raten, ruhig Blut. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass sich das während der nächsten Wochen und Monate in irgendeiner Art und Weise jetzt dann regeln wird, dass Apple das als große Errungenschaft feiern wird. Hey, wir haben das für euch geklärt. Wir haben mit Brüssel gesprochen oder wir sind jetzt ganz wagemutig für unsere Nutzer. Und dann wird es dann doch in irgendeiner Weise dann zumindest die Features, die sowieso gekommen wären, geben. Und Apple sieht am Ende aber gut aus. Das Beispiel Web-Apps lässt grüßen. Ich meine, das war ja so eine Scham-Geschichte. Am Ende haben alle Apple dafür gefeiert, dass sie dann etwas gebracht haben, was sie eigentlich ursprünglich selber beschnitten haben. Ja, das war eine schräge Geschichte mit den Web-Apps und auch eine relativ kurze Geschichte dann ja unterm Strich. Das ging ja so schnell hin und her. Aber eigentlich auch eine sehr hässliche Geschichte, muss man sagen. Und das, ja, also wenn es, sobald es halt anfängt, natürlich auf dem Rücken der Nutzer ausgetragen zu werden, wer dann auch immer, denn wenn man da auch immer die Schuld in die Schuhe schieben möchte. Und ich glaube, das Problem ist auf jeden Fall komplexer und komplexer als einfach zu sagen, Apple ist schuld oder die EU ist schuld. Also das ist, der Digital Markets Act führt definitiv regulatorische Unsicherheiten ein. Ich glaube, in dieser Form kann man mit Apple d'accord gehen. Die Frage ist nur, welche Konsequenz du halt als ein Riesenkonzern wie Apple daraus ziehst. Ob du dann sagst, ja gut, dann können wir halt hier unsere Nutzer nicht mehr bedienen, weil wir irgendwie nicht genau wissen, was jetzt los ist. Und das ist, da wird es dann halt schwierig. Also und wir wissen ja, wie Apple sich mit dem Rest vom Digital Markets Act verhalten hat. Ja, also wir haben viele Sachen auf dem Papier erfüllt, aber hintenrum haben sie halt alles Mögliche gemacht, um da es möglichst schwierig zu gestalten. Und jetzt zieht natürlich die EU nach und sagt, hey, so geht's nicht. Und das ist halt jetzt ein Zerren an beiden Seiten und auch ein Kräftemessen natürlich. Ja, und Apple streitet ja genau die Haltung in dieser Frage jetzt aus, die ja eben zu der Regulatorik geführt hat. dass Unternehmen sagen, wir wissen als Einzige, was für euch gut ist und richtig ist. Also ich meine, diese Darstellung ist ja auch durchaus zu hinterfragen, ob der Weg, den Apple außer Koren hat, der einzig wahre ist. Ihm schlagen gewisse Sympathien der Nutzerschaft hingegen, gar keine Frage. Aber dennoch ist ja genau der Kerngedanke der Regulatorik der EU, ob das jetzt immer so gut ausgeführt wird, ist eine andere Frage. Aber der Kerngedanke ist ja der, dass man es eben nicht Unternehmen, einzelnen Unternehmen überlässt, die durch eine gewisse Marktmacht das durchdrücken können, dass sie ihre eigenen Regelbücher schreiben, sondern dass es ein gewisses Konzert gibt an Möglichkeiten, dass der Wettbewerb stattfinden kann, dass eben auch Alternativen da sind. Und darum geht es ja im Kern. Und Apple hat jetzt ja auch diese Funktionen der Apple Intelligence und die anderen Funktionen in dem Wissen um diese Regulatorik ja entwickelt. Also sie können sich jetzt auch nicht mehr darauf berufen, dass sie das ja nicht wissen konnten, was da auf sie zukommt. Und ja, ich finde es schon ein wenig schwierig und ich kann beide Seiten so ein bisschen nachvollziehen und verstehen. Aber ich finde, man sollte halt sehr vorsichtig damit sein, allzu früh oder zu intensiv sich auf die Seite Apple zu schlagen, weil ich glaube, es steckt schon ein bisschen mehr in der Regulatorik drin, was auch durchaus seinen Nutzen hat für eben langfristig, in Anbetracht der Tatsache, dass ja eben durch die fortschreitende Digitalisierung und dass Technik immer mehr Teil unseres Alltags wird und ja klassische Regulatorik dann teilweise in alten Bereichen dann in ihrer Bedeutung schwindet, hat das schon eine sehr große Zukunftsrelevanz. Und das kommt, glaube ich, manchmal in dieser Diskussion zu kurz. Aber es ist halt auch ein sehr abstraktes Thema und eines, über das sich auch vortrefflich eine ganze Sendung machen lässt, was wir ja auch schon mal getan haben. Also es sei an dieser Stelle darauf verwiesen, aber wir kamen jetzt noch nicht umhin, um über diese Auswirkungen auf unser Kernthema dieser Sendung jetzt zu sprechen, zumindest gegenwärtig. Und wir werden natürlich darüber berichten auf Heise Online, Mac and Eye, wie der Fortgang der Geschehnisse ist. Ja, Leo, ich glaube, jetzt haben wir beide recht umfassend die Apple Intelligence umrissen. Wollen wir vielleicht mal einen Blick werfen über den Tellerrand? Sehr gerne. Dann sprechen wir jetzt mit unserer Kollegin Eva-Maria Weiß von Heise Online. Ja, wir wollten auch gerne ein bisschen von außen auf Apple Intelligence schauen und auf das, was Apple da eigentlich macht, weil Apple ist ja im KI-Geschäft nicht gerade allein und auch vielleicht nicht ganz an der Spitze, sondern da gibt es ja einige andere Mitspieler und Spieler, die da gängig sind und ihr eigenes Programm machen. Und dafür haben wir als Gast Eva-Maria Weiß von Heise Online und auch vom KI-Update, die diese KI-Branche jetzt schon sehr lange begleitet. Hallo, Eva. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ja, mich würde vor allem interessieren, wie du als jemand, der diese Branche eben sieht und sieht, wie sie sich entwickelt hat in den letzten, ja, ja, sagen wir mal zwei Jahren oder ein bisschen länger auch schon natürlich oder seit halt JetGPT da ist. Das ist ja letztlich so der Knackpunkt gewesen, wo ja offensichtlich auch natürlich bei Google es angefangen wurde zu sagen, okay, wir müssen da uns irgendwas überlegen und auch bei Apple offensichtlich angefangen wurde zu sagen, okay, wir müssen uns da überlegen. Wie siehst du jetzt die Ankündigung Apples Herangehensweise an dieses ganze Thema? Es hat ja lange gedauert und dann kam jetzt Apple Intelligence so als Blob. Wie stufst du das ein, was Apple da angekündigt hat? Ja, also was ich da sehe, sind vor allem ja viele, viele Kleinigkeiten. Es ist irgendwie so, ach, wir machen da ein bisschen und wir machen da ein bisschen und da machen wir ein bisschen größer und da erzählen wir nicht so richtig. Also, dass wir ja gar nicht so genau wissen, was eigentlich Apples KI ist. Also die eigene, da sind sie ja, wie alle anderen auch, sehr schweigsam drüber irgendwie. Und alles ist so ein bisschen, also ich finde das sehr, sehr nett und ich glaube, dass so die ein oder andere kleine Funktion bestehen bleibt. Ich glaube aber, dass grundsätzlich, ob das jetzt Apple betrifft oder OpenAI oder Google, dass ganz viele Funktionen noch wieder quasi verschwinden werden. Also ich glaube, dieser riesen KI-Hype ist schon langsam so ein bisschen am Abebben und ich glaube, es zeigt sich auch, dass das ein oder andere vielleicht gar nicht so gut funktioniert, dass man das doch gar nicht benutzt. Also, ich möchte mir meine Mails nicht zusammenfassen lassen und dann fehlt die Hälfte in der Mitte zum Beispiel. Schwierig. Das kann man vielleicht bei der einen oder anderen Mail mal machen, aber sicherlich wird das nicht so die Regel sein. Und wir haben zum Beispiel jetzt gerade kürzlich gesehen, Google hat ja seine KI-Suche verfügbar gemacht in den USA zumindest, hier mal wieder nicht natürlich. aber es werden wohl nur noch 15% der Suchanfragen mit so einer AI-Overview beantwortet. Das heißt, das ist super wenig und ich glaube, dass die Leute das auch nicht unbedingt immer haben wollen. Die meisten Suchanfragen sind sowas wie, ich gebe einen Namen ein und will die Webseite besuchen, aber gebe die nicht oben ein, sondern google das halt oder ich google irgendwelche Sachen, die halt mit KI gar nicht beantwortet werden können. Ich glaube, das Geschäftsmodell ändert sich nicht so krass, wie man manchmal im Moment denkt. Und ich glaube, Google ist da schon einen Schritt weiter vielleicht als Apple, aber ich glaube, Apple tut auch ganz gut daran, wenn sie nicht so mega dem Hype aufsitzen. Es ist ja vielleicht ganz schlau da in diese, gerade aus Apples Perspektive natürlich sowieso, aber eben das praktisch, dieses Beängstigende, ich muss jetzt Text eingeben, ich muss jetzt einen Prompt verfassen, ich muss jetzt einen ganzen Befehl in diese Kommandozeile der KI eingeben, um was rauszubekommen, dass Apple das ja komplett weggenommen hat und am Schluss einfach nur sagt, du hast einfach diese Funktion, diese Funktion, diese Funktion und man könnte eigentlich das Wort KI so ein bisschen auch weglassen. Es sind halt einfach Funktionen. Ja, schreib mir halt meine E-Mail irgendwie geschäftlicher, in einem geschäftlicheren, nüchteren Stil oder sowas oder hilf mir bei der Rechtschreibung. Das sind ja Sachen, die wir sowieso schon kennen. Das hat halt, ich meine, früher hieß es, manchmal haben es irgendwie maschinelles Lernen genannt, manchmal wurde es irgendwie einfach Funktion in App genannt und jetzt ist es halt irgendwie KI. Natürlich haben wir irgendwie mit generativen Modellen haben wir natürlich nochmal eine Änderung, aber ich glaube, da ist es dann doch interessant, dass Apple schon anfängt zu abstrahieren und dem Nutzer so ein bisschen vielleicht diese Angst davor nehmen will und wir darauf hinauslaufen, so wie du gerade gesagt hast, dass das eben einfach Funktionen werden, die einfach Teil des Betriebssystems oder von Apps halt sind am Schluss. Nun rühmt sich Apple ja, dass sie ja diesen neuen Ansatz fahren, viel mehr Datenschutz als die anderen. Hast du denn den Eindruck, dass das überhaupt aus Sicht der Nutzer von KI so ein Problem ist? Also wird da möglicherweise etwas gelöst, was ja allgemein noch gar nicht so den meisten sauer aufstößt? Ich glaube, wenn das den meisten noch nicht sauer aufstößt, dann haben die meisten da halt leider ein Problem. Ich glaube, das sollte den Leuten halt aufstoßen, wobei ich jetzt, also Apple hat ja da auch so eine etwas, naja, nette Herangehensweise mit, also das meiste ist lokal, aber manchmal gehen wir dann doch eigentlich in die Cloud und wir sagen dir aber nicht wann. Also so richtig gelöst ist das Datenschutzproblem ja doch nicht, leider. Ich fände das total gut, wenn das gelöst wäre, weil ich glaube wirklich, dass ganz viele Menschen ganz sensible Sachen mit irgendwie so einem KI-Chatbot besprechen und das bleibt halt bestehen und wo das irgendwann in 100 Jahren wieder auftaucht, wissen wir halt im Moment noch nicht. Ich glaube, man kann das vielleicht ein bisschen mit Social Media vergleichen, da waren wir auch alle am Anfang mal ein bisschen naiv und fanden es toll, da alles zu posten und haben da die privatesten Fotos irgendwie geteilt und dann haben wir festgestellt, ah, war vielleicht gar nicht so gut, dass wir das gemacht haben und jetzt wissen wir auch noch, dass genau diese Fotos für das KI-Training genutzt werden. Das heißt, mein privates Foto von 2007 oder so kann, also ein dummes Partyfoto, kann bei jemandem anders wieder auftauchen, wenn der Matters KI-Produkte benutzt irgendwann. Also diese Möglichkeit besteht ja und sowas ist ja auch schon passiert, dass so Forenbeiträge irgendwo anders dann auf eine Frage rausgekommen sind mit dem Nutzernamen und so. Also deshalb, ich glaube, das Datenschutzproblem ist schon echt dolle. Also nochmal eine andere Nummer als halt Social Media schon war. Aber bewusst sind sich die Leute dessen, glaube ich, echt noch nicht so richtig. Nur, dass Apple es halt auch nicht so zur Zufriedenheit löst bisher. Es ist ja so ein bisschen vor allem zweiseitig, weil du hast auf einer Seite halt die Daten, die der Nutzer eingibt, aber du hast ja auf der anderen Seite eben auch die Trainingsdaten. Beides überschneidet sich, weil das können natürlich ein und dasselbe sein. Aber wir wissen ja auch, dass die KI-Branche, sagen wir mal, sich relativ frei an dem bedient hat, was halt im offenen Web und dieser schöne Begriff, dieses frei zugänglichen offenen Webs, bedeutet ja nicht, dass das einfach da ist, um sich das zu nehmen und dann wieder zu kopieren und neu auszuspucken, sondern dass es da ist, um halt zugänglich zu sein, aber nicht unbedingt für das Training von Modellen. Das ist doch alles fair use. Ja, ja, das ist ja diese, das ist ja dieses interessante Kartenhaus, auf dem im Moment halt die Modelle eigentlich alle stehen. Wir haben ja gerade jetzt gesehen, in den USA ist ja die neueste Klage, dass die Musikindustrie halt gegen Suno und die ganzen KI-Modelle vorgeht, die wirklich offensichtlich einfach Musik, also die sind sehr beeindruckend, aber die spucken ja einfach offensichtlich Songs aus, die eigentlich so auch halt reingegangen sind und natürlich von echten Künstlern stammen, die die halt irgendwann auch mal einfach kreiert haben und mit Texten haben wir natürlich dasselbe Problem und da sehen wir ja und zumindest hat das Apple zumindest zwischen den Zeilen ja auch schon reingeschrieben, dass sie natürlich sich da auch frei an dem Material bedient haben, was halt einfach da war im Web und sehen wir da, kommen wir, steuern wir da jetzt auf einen Punkt zu, dass wir, glaubst du, dass wir da auf einen Punkt zu steuern, dass das wirklich, ja letztlich den, so über so Einzelklagen gelöst wird oder sehen wir dann doch, dass wir darauf hinauslaufen, dass eigentlich alle von den großen Anbietern irgendwelche Lizenzverträge schließen werden mit großen Verlagen und der Rest fällt halt einfach unter den Tisch, was meinst du, wie das sich weiterentwickelt? Bin ich super gespannt auch, also ich glaub, diese Klage der New York Times wird da sehr richtungsweisend sein und die Frage, wer sich dem mal irgendwann wirklich annimmt, also die schwebt da ja irgendwie so ein bisschen, ich glaub, die Musikindustrie wird da auch echt ein Wörtchen mitreden, also ich find die Klage jetzt auch total spannend, weil das sind ja die großen Plattenlabel, Warner, Universal Music und Sony, glaub ich, die klagen und wir erinnern uns an Napster und so, die Musikindustrie hat schon mal etwas totbekommen quasi und deshalb, glaub ich, das kann darüber entschieden werden, aber Open AI ist sich ja dessen auch schon längst bewusst, dass sie so nicht weitermachen können, deshalb schließen sie ja diese Lizenzverträge, um irgendwie so ein bisschen vielleicht dem Ganzen zuvor zu kommen, wer da, also ich bin gespannt, was zuerst passiert, so wird es nicht weitergehen, also ich glaub nicht, dass sich alle einfach weiter frei an diesem Internet bedienen können. Open AI ist ein gutes Stichwort, Open AI ist ja auch der Kooperationspartner von Apple, wenn es darum geht, was die eigenen LLMs von Apple nicht schaffen und wir wissen ja auch nicht, ab wann das der Fall ist, auch da ist ja die Grenze so ein bisschen diffus. Wie siehst du denn diese Kooperation? Also Open AI wird ja massiv ja dann dadurch gestärkt, wenn so ein Riese wie Apple jetzt dann auf sie setzt und für Google ist das ja erstmal ja eine nicht so erfreuliche Nachricht. Ist das denn grundsätzlich für den KI-Markt eine gute Entwicklung? Also für Apple würde ich mal ein bisschen auch vermuten, dass sie sich dadurch die Finger nicht selbst schmutzig machen, so wir überlassen das mal Open AI und gehen da nicht nicht selbst an die vielleicht auch kritischen Felder und ich glaube, also ich kann mir schon vorstellen, dass das so eine Entwicklung ist im Moment, dass man ja nicht mehr auf einen Chatbot oder ein KI-Modell setzt, sondern jetzt anfängt mit das Modell ist am besten für die und die Anfragen und damit macht man am besten das und das und das wird gerade so komisch ausdifferenziert irgendwie. Ich habe neulich mit Perplexity gesprochen, da sind ja auch in dem Pro-Abo, was man da abschließen kann, irgendwie alle Modelle drin und die sagen, ja, also wir arbeiten an einer Orchestrierung, dass man halt, also dass das Tool quasi selber immer weiß, welches KI-Modell es jetzt am besten anspricht, welches am besten antworten kann und manchmal reicht halt was Kleines, manchmal muss was Größeres sein und ich kann mir vorstellen, dass Apple in so eine Richtung vielleicht auch geht erst mal und sagt, naja, wir arbeiten, also sie sprechen ja auch mit anderen wohl und wir bieten dann alle so ein bisschen an und gucken mal, was sich vielleicht am Ende durchsetzt und dann schnappen wir uns das und das machen wir dann selber, was sich am Ende durchgesetzt hat. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ob das ein guter Plan ist, werden wir sehen. Ja, die ist die große Frage, die da mitschwingt, nicht sowieso, ob halt die Zukunft der KI-Modelle ein bisschen sowieso auch da drin besteht, halt Teil von Betriebssystemen zu sein. Also ich meine, Microsoft ist ja voll da drauf gesprungen, praktisch von früh auf und hat gesehen, okay, wir schnappen uns jetzt praktisch GPT als Basis und bauen das einfach überall ein. Der Nutzer hat überhaupt keine Chance mehr, als das nicht in irgendwo dem zu begegnen, sei es in Office oder sei es in Teams oder in allen Microsoft-Produkten halt praktisch. Und wir sehen ja, dass Meta genauso, das natürlich in seine eigenen Sachen integriert. Also du hast es dann halt einfach im Messenger und dann hast du es halt vielleicht irgendwann mal in WhatsApp und hast halt einfach immer diesen Chatbot an allen Ecken und Stellen. Wir sehen, dass Apple jetzt diesen Weg natürlich eingeschlagen hat und Apple diese interessante Komponente natürlich hat, dass sie nicht sehen, aber dass ihre KI-Modelle mit den Daten arbeiten können, die die Nutzer selbst auf ihrem iPhone haben, die eben sehr persönlich sind und damit auch sehr interessant sind, weil du dann plötzlich natürlich vielleicht auch Interessanteres aus diesem KI-Modell im Sinne von Assistenzsystemen herausbekommst. Und dann kommt jetzt natürlich die EU noch ein bisschen ins Spiel und der Digital Markets Act, weil Apple jetzt ja auch angekündigt hat, okay, es gibt regulatorische Unsicherheiten in der EU, was eine sehr schöne Zusammenfassung vom Digital Markets Act ist und dass sie Apple Intelligence deshalb vorerst zumindest, sie glauben vorerst, Apple Intelligence in Europa nicht einführen zu können. Und da ist ja die interessante Frage tatsächlich, weil Apple ja wirklich einen, ich glaube, das kann man sagen, einen klaren Vorteil hat, weil sie eben mit diesen persönlichen Daten auf dem Gerät arbeiten können, mit dem kein anderer KI-Anbieter arbeiten kann. Außer Apple gibt, außer Apple liefert eine Schnittstelle und das machen sie nicht. ChatGPT ist ja zwar integriert, in Anführungszeichen, ist aber völlig extern. Du musst ja sogar einen Dialog praktisch bestätigen. Ja, ich will wirklich meine Daten zu ChatGPT schicken und Apple selbst hat als einziger Anbieter eben diese Möglichkeit mit diesen auf dem Gerät im Betriebssystem liegenden Daten zu arbeiten und damit natürlich auch ein Vorteil vor den anderen. Also ich glaube, der Digital Markets Act ist da schon was, was so ein bisschen im Hintergrund schlummert, aber es ist natürlich ein bisschen wahrscheinlich auch eine Ausrede oder was denkst du, Eva, wie Apple da laviert? Ja, ich sehe auch nicht so ganz, wo sie da jetzt tatsächlich die Berührungspunkte oder die Ängste haben. Also sie legen sich ja mit der Kommission, mit der EU an, wenn es um den App Store geht und bei KI trauen sie sich auf einmal nicht, sich anzulegen und einfach was zu veröffentlichen. Finde ich auch schwierig und eigentlich ist es ja, wir hatten ja eben schon, das sind ganz viele, ja so kleine Funktionen eigentlich, die jetzt plötzlich Apple Intelligence heißen, aber eigentlich ja vorher Machine Learning hießen oder schon ein bisschen vorhanden war. Natürlich könnte man die einfach ja bringen. Also das ist ja kein, kein Hexenwerk, was irgendwie an den DMA stößt, wenn ich sage, fass mir die Mails zusammen oder durchsuche mir mein eigenes Handy auf, das und das. Ich weiß nicht, welche Grenzen da berührt sein sollten. Also deshalb, ich glaube schon, dass das ein bisschen vorgeschoben ist und natürlich ein bisschen Druck machen. Also die großen US-Unternehmen sind ja immer alle total gut da drin, erst mal zu sagen, kommt nicht nach Europa, nicht in die EU, weil Druck, 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 eure Gesetze, schlimm, schlimm, schlimm. Sind sie dann am Ende aber doch nicht und dann können sie es doch eigentlich genauso anbieten, wie sie es vorher geplant hatten. Außer Meta jetzt gerade vielleicht mit ihren KI-Sachen, die haben ja, wollten ja gerade alle unsere Inhalte von Facebook, Instagram und Co. für KI nutzen und dürfen das jetzt doch nicht so machen. Ist aber, glaube ich, die ganze Welt auch total neidisch auf die EU. Ja, in dem Fall sicher. Also alle Nutzer. Ja, also die, ich bin sehr neugierig, wie sich das weiterentwickelt und wie wir Apples weiteres Vorgehen vor allem zu der Integration von den externen KI-Modellen sehen. Es scheint ja so ein bisschen den Ansatz, den Apple dazu gewählt, den Apple gewählt hat, scheint so ein bisschen darauf hinaus zu laufen, diese KI-Modelle wie Suchmaschinen einzustufen. Also unter der Prämisse, dass der Nutzer eben verschiedene Suchmaschinen benutzen möchte, möchte er vielleicht auch verschiedene KI-Modelle benutzen und es ist so ein bisschen wie Perplexity, wo du schon gesagt hast, da ist ja auch ein Anbieter, der halt versucht, das zu orchestrieren und Apple macht das praktisch ja mit seinen eigenen kleinen Modellen auch. Die orchestrieren sich ja auch untereinander. Welches Modell übernimmt halt welche Anfrage und wann geht es in die Cloud, wann wird es lokal bearbeitet. Aber siehst du, sind diese KI-Modelle wirklich so ein bisschen wie Suchmaschinen-Anbieter, zwischen denen Leute einfach irgendwie, ich meine, Leute wechseln auch nicht wirklich ihre Suchmaschine, wenn man ehrlich ist. Nee, und ich glaube, manchmal muss man einfach auch zugeben, dieses Spiel hat Google gewonnen, die Suche. Also vielleicht hat auch Apple sich gesagt, die Suche hat Google gewonnen und OpenAI hat KI-Chatbots gewonnen, vielleicht sogar. Und dann müssen wir das akzeptieren, kooperieren lieber und konzentrieren uns auf unsere Stärken, was zum Beispiel das Thema Datenschutz ist oder so, wie weit können wir mit lokaler Verarbeitung arbeiten, ist zumindest eine Option. Also ich würde Google auch immer noch nicht angreifen wollen. Google hat, also man googelt halt. Ich glaube wirklich, das müssen wir Google einfach lassen. Ja, Eva, wir danken dir für die Einschätzung zu dem Thema, so der Blick über den Apple-Tellerrand hinaus, den wir hier auch gelegentlich pflegen. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich danke euch. Ja, das war ein spannender Einblick, würde ich sagen. Und eigentlich ja auch eine perfekte Abrundung der Sendung. Oder hast du noch Ergänzungen, Wünsche, Fragen? Nee, jetzt müssen wir einfach abwarten, was die Beta-Phase bringt, was der Herbst bringt und wie Apple da überhaupt weitergeht mit der Integration von diesen Funktionen. Und währenddessen werden wir auch beobachten, wie der Rest der KI-Branche vorangeht. Also das entwickelt sich ja schnell und das ist einfach ein spannendes, ein spannendes Thema natürlich auch. Wir bleiben am Ball. Das war Folge 75 des Mac & I Podcasts. Ja, das ist ja jetzt auch ein bisschen Ferienzeit. Da sei natürlich empfohlen dann auch die Lektüre der aktuellen Mac & I, die im Zeitschriftenhandel da ist. Es gibt auch schöne Texte von Mac & I auf heiße Plus. Also es ist viel, es gibt auch viel Lesestoff, eben neben Hörstoff, den wir hier bieten. Und Apple Intelligence wird uns natürlich jetzt auch in der nächsten Aufsgabe der Mac & I sehr primär beschäftigen. Auch die serverseitige Infrastruktur, die Apple da aufgebaut hat, auch da wird es sicher bald Lektüre zu geben, die man dann auch auf heiße Abonnenten sowieso auch auf heiße Plus finden und oder natürlich auch schön im Heft lesen können. Also verheißend, verheißend, bevor das hier noch schlimmere Wortspiele abdrifft, würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf auf diese Folge 75. Herzlichen Dank, Leo. Herzlichen Dank an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Schöne Sommerwochen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.